so und damit schalten wir ihn mal leise und mich dafür laut und das wird auch die letzte ganze zeit jetzt so bleiben dass ihr vor allen dingen mich hören werdet hallo und herzlich willkommen zum forsttechnik überblick meinerseits der ist ein paar kleine dinge vorweg zu erklären dadurch entstanden dass ich eigentlich zwei bestimmte systeme nämlich fährt und rückraube moritz miteinander vergleichen wollte dann aber festgestellt habe dass das auch schwierig ist wenn ich keinerlei grundwissen voraussetzen darf was ich eigentlich nicht darf wenn ich nicht vorher mal generell ein bisschen forsttechnik erkläre darum dachte ich mir ich erkläre jetzt erstmal ein bisschen generell forsttechnik der vorliegende beitrag ist weitestgehend eine dia show beziehungsweise eine powerpoint präsentation wenn ihr so wollt das einzige bewegtbild war real was ich habe seht ihr hier schon gerade das ist dieser harvester den den clip gibt es so auf wikipedia und der ist eben creative commons und kann für solche zwecke wie meinen genutzt werden ansonsten habe ich sehr wenig urheberrechtstechnisch funktionierendes bildmaterial gefunden wo ich groß was einblenden könnte daher wichtig ihr könnt gerne mal zwischendurch weggucken ihr könnt alle paar minuten mal hingucken weil wir alle paar minuten in wechselndes bild haben aber es werden weitestgehend fotos sein es ist also eine dia show quasi mit qualifizierten kommentar also ist nicht erforderlich dass die ganze zeit auf dem bildschirm glotzt wenn ihr also nebenbei die wäsche machen wollt oder spülen oder irgend so was in die richtung dann wäre das durchaus eine gelegenheit solange mir zuhört was müsst ihr selbstverständlich auch nicht aber dann ist es halt wirklich komplette zeitverschwendung und dann macht am besten sowieso generell was anderes aber das ist ja klar gut also das erstmal vorneweg dann wäre noch kurz zu erwähnen was ich hier erzählen will ist eben ein überblick über sämtliche forstmaschinen die in deutschland so eingesetzt werden die werden natürlich nicht nur in deutschland sondern auch woanders eingesetzt aber die die für uns halt relevant sind was die können wie sinnvoll die sind wo die vor und nachteile liegen ein stück weit und grob noch so ein ganz paar eckdaten zur ökonomie und daten ist schon übertrieben also ich will gar nicht groß mit zahlen um die ecke kommen aber man kann ja grob sagen dass es jetzt besonders wirtschaftlich wenn hohe stückzahlen oder eben gar nicht wenn niedrige stückzahlen oder funktioniert nur unter bestimmten bedingungen dann ist es aber toll also solche sachen würde ich dann noch erwähnenswert als erwähnenswert erachten wenn man das ganze dann entsprechend durchgehen ja und vorneweg auch noch kurz der hinweis man darf forstechnik gerade die hochmechanisierte also die schweren maschinen durchaus kritisieren der trend ist definitiv hin zu vermutlich weniger hochmechanisierte holzernte mit den ganz schweren dingern bei uns im wald das liegt einfach daran dass fichten und kiefern reinbestände abnehmen werden und für kiefern und fichten reinbestände sind diese ganzen schweren maschinen prädestiniert für laubmischwälder mit edel laubholz drin vielen verschiedenen baumarten auf derselben fläche und so weiter und so fort ist zumindest der harvester kaum bis gar nicht zu gebrauchen andere forstechnik dann schon und auch auf solche sachen werden wir noch eingehen der generelle die generelle kritik an großen forstmaschinen werde ich jetzt gleich noch ein kleines bisschen aufgreifen aber wenn wir die komplett durchkauen wollen würden dann würde ich hier fünf stunden reden und ich weiß heute noch nicht jetzt noch nicht wie lang es wird aber wahrscheinlich auch so schon lang genug daher ist das ein thema für ein andermal da habe ich auch schon mal drüber geredet grob kann man sagen forstmaschinen haben eine hervorragende stück masse wert dass sie also für die stunde die du sie einsetzt sehr viel holz machen entweder transportieren oder abschneiden oder was auch immer damit anstellen aber viel pro zeit und das sorgt dafür dass der holzpreis für holz aus deutschland noch einigermaßen bezahlbar bleibt das darf man also nicht vergessen würden wir unser holz mit samthandschuhen anfassen und nur noch händisch auf der schulter von eingeölten muskulösen menschen aus dem wald schleppen dann wäre das holz einfach für jeden unbezahlbar das heißt es ist nicht nur deswegen weil forstbetriebe reich werden wollen setzen sie solche maschinen ein ich kenne im übrigen auch keinen forstbetrieb der besonders super reich ist schon gar nicht nach den waldschäden der letzten jahre aber vor allen dingen ist das deswegen notwendig einfach damit der holzpreis nicht durch die decke geht weil sobald er das tut wird unser heimisches holz von ausländischem holz aus sonst wo ersetzt und das natürlich viel billiger zu haben ist und da häufig aus wirklich hundsmiserablen umständen für die natur und für die menschen vor ort insbesondere wenn es sich um endigene völker handelt gewonnen werden das ist also einfach keine option komplett auf unser holz zu verzichten und wenn unser holz irgendwer bezahlen soll außer keine ahnung chef bezos dann müssen wir auf technik zurückgreifen das geht einfach nicht anders wer etwas anderes behauptet der der lebt nicht auf diesem planeten das ist also wirklich völlig die realität fremd wie viel man davon einsetzt darüber kann man diskutieren wie viel schäden das verursacht und das tut es ja darüber kann man auch diskutieren aber der preisfaktor der ist halt nun mal relevant und wird von vielen meiner kollegen die nur ökologie drauf haben und ökonomie einfach ignorieren gerne eben wirklich ignoriert und das darf man nicht machen das ist einfach ein verfälschtes bild der realität und deswegen möchte ich da auch wirklich dringend darauf hinweisen dass ich das auch nicht vorhabe das aus einem solchen blickwinkel zu betrachten wenn ihr damit überhaupt nicht leben könnt dann ja ist dieser beitrag wahrscheinlich nichts für euch nichtsdestotrotz zweiter großer vorteil den diese maschinen haben ist sie retten menschen leben die arbeit im wald im forst mit umstürzenden bäumen unter schwersten bedingungen im schwierigen gelände ist sehr gefährlich damals wie heute und da kommen weltweit jede menge menschen also pro jahr locker ein paar tausend weltweit wohlgemerkt bei ums leben dass sie irgendwelche arbeiten im wald durchführen werden die gleichen arbeiten von solchen schweren maschinen wie wir hier sehen durchgeführt dann darf man davon ausgehen dass da niemand ums leben kommt weil dieser stahlkäfig der die fahrerkabine bildet halt wirklich ein massiver stahlkäfig ist der kann sich vielleicht sogar bei einem treffer von einem riesigen baum ein bisschen eindellen aber wirklich zerquetscht kann da drin niemand werden und damit kommt da auf keinen fall ein mensch zu schaden oder so gut wie gar nicht es sei denn es da halt irgendwie einer in die erntemaßnahme rein und will da gerade durchlaufen während der harvest am arbeiten ist zu einer sehr ungünstigen situation kann das dann hin und wieder auch mal führen aber im großen und ganzen rettet das einfach menschenleben das sind die beiden haupt pro argumente manchmal ist es sogar pfleglicher mit dem harvester zu arbeiten und für den wald den überbleibenden wald natürlich nicht die gefällten bäume denen ist das egal wenn sie gefällt sind wie sie gefällt wurden spielt da keine große rolle mehr tot ist er trotzdem aber manchmal kann es für den verbleibenden bestand sogar pfleglicher sein wenn man eben im harvester gearbeitet hat beispiele folgen generell ist das problem dass die dinger natürlich bodenverdichtung tonnenschwere maschinen erzeugen immer bodenverdichtung erzeugen um den satz zu ende zu reden und das ist ein thema was viel diskutiert wird vor allen dingen in kreisen eben des naturschutzes mit der forstwirtschaft und die forstwirtschaft selber hat aber auch durchaus ein interesse daran ihre böden nicht kaputt zu machen weil wenn der boden kaputt ist dann wächst da nichts mehr was man noch verkaufen könnte das heißt es ist ein ureigenes interesse auch der forstwirtschaft nicht zu viel schaden am boden anzurichten allerdings versteht die forstwirtschaft unter zu viel schaden ein anderes maß von schaden als es zum beispiel ein naturschützer der sich auf den wald fixiert versteht also bei dem ist ein schaden dann schon sehr schnell entstanden beim forst dauert es deutlich länger bis ein schaden dann auch wirklich als schaden angesehen wird die perspektive schwankt also stark grob muss man sagen wenn ich jetzt von bodenverdichtung rede dazu muss man auf jeden fall noch wissen ganz wichtig bevor man hier mit irgendwelchen details loslegen in deutschland findet die forstwirtschaft außer bei extrem situationen wie großen kalamitäten also riesige flächen von wald die gleichzeitig abgestorben sind oder abstorben werden im nächsten jahr mit sicherheit und man das mit hundertprozentiger wahrscheinlichkeit vorhersagen kann bei sowas kann man auch mal flächig auf dem gesamten boden rumfahren wenn der wald schnell weg muss beziehungsweise die stämme schnell weg müssen weil zum beispiel der borkenkäfer drin sitzt bevor er sich noch weiter ausbreiten kann ja da kann das mal gemacht werden aber ansonsten gilt in deutschland grundsätzlich ein rückgassen gebot soll heißen wir fahren mit den schweren maschinen auf dafür extra angelegten gassen rum die haben einen abstand zueinander von naja 20 bis 40 meter in der praxis teilweise sind auch noch deutlich weiter auseinander das ist aber selten und auf denen fährt die maschine sie fährt immer auf denselben gassen soll heißen der boden auf den gassen der ist verdichtet ja aber der ganze andere boden also die bestenfalls 40 meter dazwischen die sind halt gar nicht verdichtet und somit ist das thema mit der bodenverdichtung schon ein thema auch ein wichtiges ja aber wir dürfen nicht vergessen es geht nicht darum den gesamten waldbodenplatz zu fahren sondern im besten fall eben irgendwas unter zehn prozent der gesamtfläche und selbst wenn man jetzt sagt man fällt die bäume nicht mit dem harvester dann muss man das holz trotzdem noch irgendwie aus dem wald raus kommen und so lang raus bekommen und solange man das nicht beamen kann muss man mindestens irgendeinen schlepper im einsatz haben der dann halt eben das holster irgendwie raus zieht und auch dabei wird der boden immer verdichtet werden zumindest immer ein ganz kleines bisschen die schonendste methode die ist die einzige methode die es gibt ohne bodenverdichtung forstwirtschaft zu betreiben ist der helikopter der es raus fliegt dass das auf dauer nicht wirklich bezahlbar ist muss ich niemandem vorrechnen es gibt ein ganz paar fälle wo man theoretisch wirklich kostengünstigen heli einsetzen kann wenn zum beispiel die luftlinie entfernung zwischen dem ort wo solz aufgeladen wird und dem ort wo solz dann gelagert wird um vom lkw abgeholt zu werden bloß ein zwei kilometer beträgt dann kann man tatsächlich manchmal sogar wirtschaftlichen heli einsetzen zumindest theoretisch praktisch ist es natürlich dann immer noch scheiße wegen dem spritverbrauch von dem ding und der damit einhergehenden co2 emission dass das holster alles andere als klimaneutral ist was man da rausholt aber rein finanziell würde das dann vielleicht unter solchen bedingungen schon funktionieren aber bevor man zur technik kommen auch da könnte ich jetzt ein paar stunden alleine darüber reden hier meine rückegasse die hier gibt es bei wikipedia und sie wird als besonders geschädigter vorstraße geführt also das ist das beispiel dass man beim einsatz von forstmaschinen beim entsprechenden wikipedia eintrag für eine kaputte rückegasse finden kann oder für eine bodenschädigung das schöne ist bzw das ist deswegen interessant weil ein wie gesagt ein naturschützer würde hier definitiv von einer großen bodenschädigung sprechen für einen forstwirt ist das hier noch akzeptabel wir können schön sehen dass das ein dass wir noch keinen aufschub gerade im weiteren bereich der gasse seht ihr links und rechts von der gasse keinen aufschub von material da hat sich also links und rechts kein wall gebildet der aufgehäuft wurde weil das material von unten nach oben zur seite weg rausgequollen ist sozusagen unterm reifen hervorgequollen wenn das passiert dann haben wir definitiven schaden da ist ordentlich was kaputt sowas kann mitunter auch schadensersatz ansprüche hervorrufen theoretisch in der praxis selten aber dann darf man auf jeden fall von einem schaden sprechen was wir hier sehen ist dass sehr viel heller unterboden zum vorschein kommt das heißt wir haben durch den das befahren den humus also das dunkle zeug was auf dem boden drauf liegt eine organische substanz da haben auch schon ganz oft drüber geredet der ist tatsächlich hier eingerissen beziehungsweise da ist eine schneide durch den humus geschnitten worden durch die befahrung der aha horizont also der dunkle oberboden der besonders fruchtbar ist der ist auch weg auf der rückegasse sieht man von dem nichts mehr der ist also quasi auch abgeschnitten ihr könnt ihn links an der böschung noch ein bisschen erkennen die dunkleren schichten des bodens und dann wurde hier eingeschnitten sozusagen bis in den mineralboden hinein entscheidend ist jetzt um was für eine form von mineralboden es sich handelt hier dieses helle zeug da das ist auf jeden fall irgendwas was einen höheren sandanteil haben wird das kann ich also wirklich anhand des bildes hier schon garantieren dass entweder ist es tatsächlich ein sand oder zumindest ein sandiger leben irgend so was in die richtung aber das ist ein boden den kann man fast nicht verdichten soll heißen dieser sand der ist jetzt zwar befahren aber sandkörner so stark aneinander pressen dass da kein wasser zum beispiel mehr durchgeht das ist eine so zusammengepresste schicht gibt dass da kein wasser mehr abfließen kann keine baumwurzel mehr durchkommt oder ähnliches das geht fast nicht bei sandhaltigen böden ist eine befahrung also fast nie so schlimm dass sie eine vollständige vernichtung des bodens sozusagen nach sich führt und das ist hier der fall also wir haben auf der rückegasse schon eine gewisse erosion die darauf jetzt stattfinden kann was allerdings im bleibenden bestand hier ziemlich unwahrscheinlich ist es regnet da nicht volle kanne drauf wir haben hier keinen starken hang und das wird innerhalb weniger jahre wieder zugewachsen sein maximal zwei dann sieht man die nur noch wenn man danach sucht und nach drei vier jahren muss man dann eigentlich schon wirklich ganz genau wissen woran man eine rückegasse erkennt um die hier noch sehen zu können also dieses wikipedia beispiel für schäden durch rückegassen hat effektiv auf das wachstum von bäumen schon einen einfluss dass die nicht mehr direkt auf der rückegasse wachsen werden das können sie auch gar nicht weil sie spätestens alle 10 15 20 jahre ja wieder überfahren werden wenn man die gasse wieder benutzt je nach waldsystem alle 20 10 bis 20 jahre so grob sagen wir mal manchmal auch 40 jahre nix aber das ist eher selten und ja so gesehen ist das immer eine schneise auf der kein baum stehen wird aber sorgen die für furchtbare erosion nicht zwingend sorgen sie dafür dass der wald jetzt irgendwie stirbt auch nicht wirklich weil die gibt es jetzt schon seit mehreren jahrzehnten mindestens vier im großen stil und wir können jedenfalls nicht nachweisen dass die rückegassen in schlimmer auswirkungen auf das war auf die waldgesundheit hatten dazu gibt es einfach noch keine studie womöglich weil man die studie einfach noch nicht geschaffen hat die das doch nachweist aber die tatsache dass es so schwierig ist zu beweisen wie schlimm rückegassen für den wald wären deutet zumindest indizienmäßig ein bisschen darauf hin dass sie dann vielleicht so furchtbar schrecklich gar nicht sind jetzt gibt es natürlich beispiele rückegassen wirklich den kompletten waldboden zerschneiden eine riesen erosionsrinne darstellen für tieren problem sind und nährstoff austrag und vor allen dingen wasserverlust für den wald bedeuten das gibt es alles das will ich auch gar nicht kleinreden nur man darf halt bei der rückegasse nicht vergessen sie ist eben nun mal das kleinste möglichste übel das man akzeptieren muss um irgendwie holz aus dem wald raus zu bekommen ein komplett rückegassenfreier betrieb ist nicht möglich wenn man auch starke stämme aus dem wald heraus bekommen möchte kleine stämme ja das geht da kann man so einen moritz also die rückeraupe die wir noch später ansprechen werden oder ein pferd verwenden aber spätestens wenn du dann richtig dicke stämme für holzhausbau zum beispiel oder ganze hallen die du damit bauen möchtest schwimmbad dächer sowas in die richtung elbphilharmonien wenn du sowas aus dem wald raus bekommen willst dann brauchst du halt eben technik und die technik muss irgendwie eingesetzt werden und auf irgendwas sich fortbewegen und dann kommt man um die rückegasse nicht rum also bei aller liebe es ist wirklich völlig utopisch dass ein bewirtschafteter wald dauerhaft komplett ohne rückegassenhaus kommen kann das ist wirklich fast nicht möglich und selbst wenn man das auf teufel kommen raus durchsetzt dann hat man immer noch schäden weil man dann große stämme an allen anderen bäumen entlang aus dem wald raus zerren muss die dann quasi wie ein flug über den waldboden gezerrt werden und dabei auch enorme schäden am verbleibenden bestand und auch am boden verursachen können das ist also auch nicht wirklich zielführend also nochmal ich möchte rückegassen weder verteufeln noch will ich sie unendlich in schutz nehmen sie sind ein übel aber das kleinstmöglichste um eben eine bezahlbare forstwirtschaft in deutschland zu ermöglichen kleine einzelwälder da kann man auch mal drauf verzichten kleine einzelwälder die dann besonderes bio holz mit grüner energie aufladen und esoterik holz und ähnliches verkaufen ja das geht selbstverständlich auch oder wenn der betrieb sonst irgendwie durch einen waldfriedhof beispielsweise einnahmen hat und ist dann nicht darauf angewiesen ist wirtschaftlich grüne zahlen zu schreiben in der holzernte ja dann schwarze zahlen entschuldigung nicht grüne zahlen dann kann man sowas alles machen also es gibt beispiele aber nochmal bevor wir da jetzt ewig lange drüber quatschen und ich weiß ihr werdet dazu auch den einen oder anderen kommentar wahrscheinlich verfassen dann kommen wir heute hier nirgendwo hin und wir wollen ja tatsächlich über maschinen unter anderem reden und damit legen wir jetzt los so ein bisschen als roter faden dienen uns diese wunderbaren grafiken die ich zitiere aus der ebenfalls wunderbaren dissertation von inzwischen dr manuel wächter der in tarant also an der forstuni von der tu dresden also die forstabteilung der tu dresden seinen doktor gemacht hat mit der rentabilitätsanalyse unterschiedlicher feinerschließungsoption und ökonomischer simulation der verschiedenen befahrungseffekte am beispiel der fichte in sachsen und um das abzukürzen dafür hat er sämtliche existierenden und relevanten forsttechniken untersucht wie rentabel die denn jeweils sind ist eine tolle arbeit ein gefundenes fressen für mich um da jede menge wissen rauszuziehen und da eine dissertation also eine doktorarbeit fast immer auch einen stand des wissens beinhaltet kann man da eben auch ganz toll und dies von 2021 also super aktuell für forstliche themen extrem aktuell sogar kann man da super ganz viel aktuelles wissen zur forsttechnik rausziehen und ja da finden wir unter anderem eben auch diese schematische darstellung link findet ihr unten das ganze ist online einsehbar wer sich für forsttechnik interessiert und viel muße hat mag das ding vielleicht sogar mal lesen ist natürlich eine dissertation das ist für nicht fachfremdes also für fachfremdes publikum schwierig zu lesen verrate ich euch gleich aber super ist sie deswegen trotzdem so wir sehen ja schema der harvester und beziehungsweise der feldtechnik wenn man so möchte und da geht es los mit ms das ist die motorsäge die heißt nicht etwa kettensäge sondern tatsächlich motorsäge ich sage zwar auch immer kettensäge aber nur wenn man fachlich korrekt bleiben möchte die würde ich jetzt mal ignorieren weil wir ja hier von der vollmechanisierten oder hochmechanisierten holzernte sprechen wollen und klar motorsäge geht auch motorsäge kostet habe ich zumindest mal so gelernt pro stunde die sie im einsatz ist sowas um die 30 bis 40 euro je nach bundesland und das war noch vor inflation das heißt das mag jetzt ein bisschen mehr sein wenn du eben die säge selber zahlen musst dann entsprechend den unternehmer zahlen musst und so weiter und so weiter aber das hängt immer sehr davon ab ob man das eben mit einem eigenen mann den man eben selber für den zweck anwirbt einen selbstständigen forst wird ein forstunternehmen mit arbeitskräften aus sonst wo oder wen auch immer einsetzt aber sie ist häufig die teuerste methode weil eben der stundenlohn zwar nicht höher ist als bei was anderem schon gar nicht also der arbeitslohn für den harvesterfahrer ist natürlich genauso hoch im regelfall sogar höher als das was der motorsägenschwinger sozusagen kostet aber der harvester selber kostet natürlich noch was und jetzt kommt es halt auf stückmasse an weil mit der motorsäge schaffst du halt erheblich weniger festmeter umgesägtes holz und aufgereinigtes holz vor allen dingen also die äste vom baum absägen das braucht zeit nicht das fällen das fällen ist gar nicht so schlimm bei einfachen bäumen sind die recht schnell gefällt aber vor allen dingen eben das aufbereiten braucht zeit und gerade wenn man ihn auf zeit bezahlt den motorsägenschwinger dann muss er sich ja beeilen dann befindet er sich automatisch gleich mal in lebensgefahr und da kommt dann halt nochmal dieser aspekt der unfallvermeidung dazu deshalb sind diese ganzen anderen geräte die wir hier schematisch sehen wo man sie einsetzen kann fast immer billiger wenn man sie halt nicht einsetzen kann dann geht es halt nicht das ist der knackpunkt in jedem fall sicherer und manchmal auch bestandeschonend aber eben nur manchmal und das im weiteren verlauf dann noch mit mehreren details so ihr seht ihr die modelle nach kwf das kuratorium verwalt und forsttechnik oder waldwirtschaft und forsttechnik oder ja keiner weiß so genau wie der kwf eigentlich genau heißt das ist ein verein der sich eben aus als zusammenschluss aller die sich mit forsttechnik beschäftigen versteht kann man mal ganz grob so zusammenfassen und die haben deswegen eben auch eine kategorisierung der verschiedenen forstmaschinen vorgenommen und auf diesen barunen auch hier diese bildchen die wir hier jetzt eben aus der hervorragenden situation vom herrn wächter entnommen haben so und das noch mal kurz vorweg gewesen und jetzt gucken wir uns mal diese einzelnen bildchen noch ein bisschen genauer an h1 ist ein leichter harvester so ein ganz leichter mit einer kranreichweite unter acht metern da das in deutschland überhaupt keinen sinn macht eine so kleine maschine die auch wirklich nur kleine bäumchen pflücken kann sozusagen einzusetzen da bist du günstiger mit der motorsäge tatsächlich meistens und die notwendigkeit eine rückgasse zu verwenden und auch von der rückgasse aus zu arbeiten beschränkt eben quasi so ein harvester auf eine situation wo du einen rückgassen abstand von ja sagen wir mal 16 metern haben musst weil der muss ja mit seinem arm an die bäume auch noch rankommen und wenn der arm bloß eine effektive reichweite von acht metern hat wo auch ein baum noch hochheben kann und die bäumchen auch nur super dünn sein dürfen macht das den harvester relativ sinnlos und daher gibt es denen der praktischen einsatzwelt in deutschen wäldern eigentlich quasi nicht mehr so einen ganz leichten natürlich je leichter ist desto weniger schaden richtet an aber für so dünne bäume mussten nicht wirklich den harvester rufen häufig muss man solche dünnen bäume wie der dann eben verwenden kann überhaupt nicht durchforsten und wenn doch dann nur sehr gezielt einzelstammweise und ja also wegen mir meiner meinung nach hat er sein anwendungsfeld inzwischen verloren und spielt eigentlich keine wirkliche rolle mehr so und h2 ist dann schon ein richtiger harvester den man für maximal mittelstarkes holz verwenden kann das heißt der ist auch noch relativ leicht aber ihr seht zum beispiel der hat schon mal mindestens sechs räder also nicht nicht mehr ein zwei achser sozusagen sondern schon ein drei achser häufig auch das hat aber auch der ganz kleine schon mit einem knickgelenk in der mitte das hat bei harvestern ganz wichtig warum brauchen die das naja man muss im wald auch mal um eine enge kurve fahren können vor allen dingen auch auf der rückgasse selber gut navigieren können also manövrieren können und da ist so ein knickgelenk absolut erforderlich du hast sonst keine chance auf den geringen gassebreiten einigermaßen zurecht zu kommen es gibt auch hin und wieder ganz fiese situationen wo der harvester auch mal in der gasse umdrehen muss und das ist ohne so ein knickgelenk nah zu unmöglich da hättest du einen viel zu geringen wendekreis und würdest da noch ein halbes fußballfeld an wald sozusagen platt fahren müssen bevor du dich überhaupt mal umdrehen kannst daher ist das ganz entscheidend so beispiel für so einen h2 harvester und jetzt kommen wir noch langsam zu den schönen bildchen die ich alle rausgesucht habe ist zum beispiel so eine maschine hier jetzt hat der komischerweise auf einmal nur noch vier räder habe ich doch gerade gesagt er hätte mehrere das muss nicht zwingend so sein es geht tatsächlich nach motorleistung werden die also nach ps oder kw werden die unterteilt teilweise auch eben nach der kranreichweite und wie wir sehen können haben wir hier schon eine recht ordentliche kranreichweite der dürfte fast schon ich glaube neun meter oder was der hat oder sogar zehn äh effektive kranreichweite wo er dann auch vernünftig eben noch einen baum hochheben kann und ist damit über den leichtstatus also die ganz kleinen geräte schon hinaus nichtsdestotrotz das ist schon ein sehr kleiner gemütlicher harvester deswegen braucht er auch nicht so viele reifen weil er natürlich auch noch nicht so schwer ist äh harvester gehen bis 50 tonnen das sind dann so die ganz großen monster und gehen los bei na ich sag mal praktischerweise so zehn tonnen grob die die man auch einsetzen kann äh je nachdem wie viele reifen die haben haben sie mehr oder weniger hohen bodendruck pro quadratzentimeter auf dem sie rumfahren äh und je nachdem wie leicht sie natürlich sind ja also der bodendruck der entscheidend auch für die bodenschäden beziehungsweise das einsinken in die rückegasse ist ähm berechnet sich schlicht und ergreifend aus der fläche die auf dem boden aufliegt bei sagen wir mal zwölf reifen sind das zwölf mal ein reifen der auf dem boden liegt jetzt hat so ein gerät das zwölf reifen hat aber halt auch bestimmt 20 tonnen minimum äh und dann hast du kannst du jetzt ausrechnen wie viel druck pro zentimeter du da hast natürlich sind die reifen sehr sehr breit häufig auch sehr sehr groß und es sind niedrigdruckreifen heißt du fährst immer mit wenig luft im reifen damit der reifen mehr auf dem boden aufliegt platter auf dem boden aufliegt sozusagen dadurch eine höhere traktion hat oder eben einfach den druck auf mehr fläche verteilt moderne harvester schaffen also gerade die bestandespfleglichen häufig einen druck von ich sag mal irgendwie ein bis zwei kilo pro quadratzentimeter boden und das ist ja könnt ihr euch vorstellen wenn ihr mit ein bis zwei kilo kraft das kann ein mensch auch problemlos mit dem daumen ausüben auf einen daumen breite also die fläche eures daumens waldboden drauf drückt dann macht ihr an dieser stelle den waldboden wahrscheinlich nicht sonderlich kaputt hinterlasst aber ein kleines loch das problem ist also jetzt nicht so sehr der druck den die von den reifen her generell ausüben auf den boden sondern das problem und das sagen die naturschützer immer ist die vibration weil so ein harvester hat natürlich ein motor und der motor macht tucker 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 und das sorgt für vibrationen diese vibration kann sich von den reifen ein stück weit je nachdem wie gut die gedämpft sind je nachdem mit wie wenig luft man mit den reifen fährt das hilft alles ein wenig kann sich dieses wie diese vibration auf den boden übertragen und dann wie ein sieb wie eine schüttelmaschine die eben ein material zusammenschüttelt diese 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 rüttelmaschinen die man von baustellen kennt ich habe keine ahnung wie die heißen aber ihr wisst bestimmt was ich meine die sollen ja den boden verdichten damit der hinterher tragfähig ist und diesen bodenverdichtungsprozess durch dieses gerüttel macht so ein harvester ein stück weit halt unvermeidbar auch jedenfalls haben wir bisher noch keine möglichkeit gefunden um das komplett zu vermeiden dass dieses dieser rüttel effekt stattfindet und da können empfindliche böden eben mit verdichten werden gar nicht so sehr das gewicht pro fläche ist da entscheidend sondern wirklich diese diese motorleistung und da kommt aber auch entscheidend auf den boden an einen sand kannst du auf dem wege fast nicht verdichten einen ton schon andererseits ist ein ton häufig auch schon so dicht dass es da auch keine rolle spielt und alles zwischen sand und ton dafür weiß ich mal auf meine bodenkunde beiträge wer sich da noch weiterbilden möchte das ist dann halt irgendwo möglicherweise ein problem und deswegen gilt halt trotzdem obwohl der bodendruck pro fläche gering ist je größer der harvester je dicker der motor desto eher könnte diese vibration könnte muss sie nicht zwingen aber könnte dann negative auswirkungen auf die bodenverdichtung oder die bodeneigenschaften möglicherweise haben so das ist es mal generell so dann grundsätzlich kommen aber auch gleich zum nächsten modell übergehen weil den haben wir jetzt angeguckt muss so ein harvester natürlich ein gewisses gewicht haben weil wenn ihr euch vorstellt dass der nach sagen wir mal drei tonnen schweren baum mit seinem langen arm hebel gesetzt aus dem wald raus heben möchte und in da noch ein stückchen zu sich ran ziehen bevor er ihn umschmeißt ja also ich hoffe das könnt ihr euch vorstellen wenn nicht wir haben es in dem kleinen clip am anfang gesehen auch wenn es nur mit ganz kleinen bäumen war aber gesehen haben wir es trotzdem das funktioniert auch mit großen du brauchst halt nur eine proportional viel größere maschine ja und damit das überhaupt funktioniert vom hebel gesetz her muss ein harvester ein gewisses gewicht haben man kann die also nicht als leicht baumodell bauen das heißt das könnte man schon wäre gar kein problem aber dann würden sie natürlich bei jedem greifen nach dem baum einfach umkippen sobald der baum weiter weg und entsprechend schwer ist und darum gibt es halt leider gewisse physikalische grenzen die ein gewisses gewicht des harvesters vorschreiben wenn er dann halt eine kranreichweite von sage ich jetzt sagen wir mal zehn metern zwölf metern 13 metern sowas um den dreh das sind so realistische größen in der praxis erreichen möchte und das immer dann weitgehend meistens bei modellen wie diesem hier das ist so ein klassischer der hat eben ein großes rad ein hinterteil in anführungszeichen mit motor und der ganzen technik drin ein vorderteil so ein bisschen insektenmäßig aufgebaut dazwischen eben ein knickgelenk und zwei kleinere reifen das gibt es oft dass die reifengröße ein wenig variiert wir sehen an den beiden hinter reifen also von uns aus gesehen hinteren reifen sogenannte bugie bänder das ist so ein zwischending zwischen eben bereifung und beraubung wie man es vom panzer kennt und das soll insbesondere in dem bereich der bugie bänder die zwischen den rädern auf dem boden aufliegen noch mal dafür sorgen dass der bodendruck auf mehr fläche verteilt wird und der bodendruck pro quadratzentimeter boden eben noch mal geringer ist man kann in diesem bild auch schön sehen dass der da wo er gerade steht und da muss er ja irgendwie hingefahren sind sein so gut wie keine bodenverwundung verursacht hat das liegt eben daran dass er da wahrscheinlich noch nicht mal großartig holz geladen hatte als er da hingefahren ist aber das ist schon und diese diese schnee ja matsch kette natürlich ne sorgt da auch noch mal ein bisschen für mehr traktion und das hat wichtig weil wenn der reifen durchdreht ist der boden sofort weg natürlich fahren die immer mit super geringen geschwindigkeiten und wenn der reifen mal durchdrehen würde dann würde er sehr langsam tun das hat nichts mit autofahren zu tun daher ist das dann schon nicht so schlimm aber traktion ist halt schon wichtig die dinger werdet ihr im wald vielleicht schon mal gesehen haben möglicherweise auch dieses modell das ist ein klassiker den findet man relativ häufig auch bei uns in deutschland eben im einsatz der john deere 1070 e vielleicht spricht man den auch noch irgendwie anders aus ich bin kein großer forstechnik experte ich weiß da so ein paar basics und die reichen hoffentlich für diesen vortrag auch aus aber wenn ihr im detail was zu bestimmter technik hören wollt dann fragt er ein forstwirt oder ein förster aber auf keinen fall ein forstwissenschaftler es sei denn der hat sich so wie mein kollege aus dessen diplom quatsch diplom doktor arbeit wir hier ja hin und wieder mal zitieren intensiv mit dem thema beschäftigt also der herr wächter ist selbstverständlich schon ein experte den man bei sowas auffragen kann wer ihn also persönlich kennt aber mich zu wirklich so ultimativen technischen details zu den einzelnen maschinen wie viel ps die haben es gibt leute die wissen das auswendig ich habe keinen schimmer für mich ist im wesentlichen wichtig was wiegt der was für eine kranreichweite hat der und ich will euch aber auch da wirklich nicht mit technischen daten nerven die findet man sofort überall im internet auf seiten der hersteller und so weiter und so fort ja diese mittleren modelle sind ein sehr guter kompromiss weil sie wie wir hier sehen können wenig schäden verursachen eine vernünftige kranreichweite haben und mit im regelfall brauchbaren stammdurchmessern noch zurecht kommen nämlich das was wir da im hintergrund sehen können das sind stammdurchmesser das ist und durchschnittliches industrieholz hier sehen wir schon das nächste modell das macht aber auch nichts und so ein durchschnittliches industrieholz da sind die stämme selten dicker als 30 cm und mit 30 cm kommt der hier zum beispiel noch ganz gut zurecht wobei man da auch wieder sagen muss es gibt da immer einen wert für optimale durchmesser die ja noch fällen kann und das ist immer bezogen auf natelholz wie fichte oder kiefer weil die auch vergleichsweise leicht sind ein deutlich schwereres holz wäre bei kleinerem durchwässer trotzdem nicht rausnehmbar aus dem bestand was einfach viel zu schwer ist und dann wieder hebel gesetzt aber im regelfall kannst du sagen dass solche industriehölzer die zum beispiel in der sparenplattenverarbeitung landen oder mein wegen im papier oder ja sowas in die richtung vielleicht mal noch eine palette oder sowas die sind im regelfall selten dicker und werden schon in solchen größenordnungen rausgeholt wie was eben da hinten rumliegen sehen und da lohnt sich dann auch nach wie vor eben der harvester einsatz weil der einzelne stamm eben wenig geld bringt und dann eben die super geringen kosten pro stück die die fällung mit dem harvester ausmacht schon sehr sehr rentabel sind also ganz grob kann man sagen du hast mit dem harvester häufig dein holz pro kubikmeter holz also so ein stamm diese kleinen dünnen dinger da die haben vielleicht höchstens höchstens so 0,7 sowas um den dreh pro stück wenn überhaupt wahrscheinlich nicht mal das ich bin da nicht perfekt im schätzen das ist auch wieder was wo man besser den förster anlässt und nicht den forstwissenschaftler so oder nicht weil wachstumsgrundler ist und sich mit sowas perfekt auskennt aber der pflückt so ein stamm ja im minutentakt jetzt vielleicht nicht in eine minute takt aber in zwei minuten takt schon und das sorgt dann natürlich dafür dass du zwar den saumäßig teuren harvester irgendwann mal bezahlt haben muss bzw die miete für das ding halt eben bezahlt haben muss die dann auch ziemlich teuer ist aber pro minute ist das dann trotzdem nur ein kleines geld verglichen mit diversen menschen mit motorsäge die du über stunden und tage da einsetzen musst und brauchst ja trotzdem noch einen schlepper der dir das zeug dann da irgendwie noch raus schlappt aus dem wald aber dazu kommen wir nachher noch im vergleich eben zum motorsägemensch also grob kannst du sagen alte zahlen wie gesagt noch vor der großen inflation 35 bis 40 euro fürs rücken bei motor manueller holzernte und ein kleines bisschen seilschleppereinsatz weil irgendwie muss das holz ja trotzdem noch rauskriegen das ist schon mal drin ja das passiert relativ schnell unter nicht ganz einfachen bedingungen mit dem harvester da geht es bei 12 euro los teilweise sogar noch günstiger soll es auch schon gegeben haben und hört bei 20 euro wieder auf ja wie gesagt alte zahlen das nur mal kurz ein bisschen zur rentabilität und gerade so ein modell wie wir hier jetzt sehen also schon die ordentlich schweren dinger die sind natürlich dann besonders effizient weil sie halt auch die dicken stämme rausholen wenn du einen dicken stammen zwei minuten pflückst hast du mehr holz an der waldstraße liegen als wenn den dünnen stammen zwei minuten pflückst und die arbeitsgeschwindigkeit die ist gar nicht so unterschiedlich von der harvester größe her ein bisschen ja aber je dicker der harvester je dickere stämme der rausholt desto mehr holz pro zeit hast am ende da liegen und ja letzten endes rentabilität ja der john deere 1270 e dem wir hier haben das ist auch wirklich ein klassiker und der eignet sich jetzt zum beispiel wir haben ja schon von rückgegessenabständen gesprochen für einen betrieb mit 30 meter rückgegessenabstand ist der eine tolle wahl gerade bei so nadelholz beständen wie wir sie hier im untergrund sehen können das habt ihr alle schon mal gesehen wenn ihr irgendwo in deutschland durch den wald gelaufen seid so was habt ihr mit sicherheit schon mal gesehen das gibt es überall immer noch oder ja zumindest fast überall immer noch aber wenn nicht dann gab es das zumindest vorher da jedenfalls nehmen wir mal an die rückgegassen sind alle 30 meter auseinander und unser kollege hier schafft entweder schafft das vollständig oder er schafft sie fast 15 meter kranreichweite so jetzt fährt er auf zwei rücke eine rückgegasse entlang und greift links und rechts 15 meter in den wald und kann da jeweils bäume rausflücken so da ist er irgendwann mit fertig fährt er zurück zur straße die wir hier gerade im vordergrund sehen fährt 30 meter weiter fährt in die nächste rückgegasse rein und kann wieder nach links und rechts 15 meter reingreifen greift dann nach rechts 15 meter rein ist da kein baum mehr weil da hat er sich ja schon oder kein baum den er fällen möchte zumindest mehr weil da hat er ja schon alle rausgepflückt ja haben wollte kann er also links wieder 15 meter machen fährt wieder zur waldstraße fährt wieder 30 meter weiter fährt in die nächste rückgegasse rein greift wieder 15 meter in die rückgegasse und immer so weiter also das könnt ihr euch dann hoffentlich jetzt bildlich vorstellen dass man im grunde jeden baum im wald mit dem greifarm von unserem harvester hier erreichen kann so dann die rückgegassen einen abstand von 30 meter haben so eine rückgegasse hat dazu noch eine gassenbreite von vier metern und nehmen wir jetzt mal den einfachen fall das ist einfacher zu rechnen an wir hätten 20 meter rückgegassen abstand und die hat jeweils vier meter breite dann haben wir angenommen mal auf 100 meter waldweg vier rückgegassen quatsch fünf rückgegassen von jeweils vier metern dann sind das nach adam riese 20 meter und wir hatten 100 meter wald vorweg genommen dann haben wir also auf gut deutschen rückgegassen anteil am gesamtbestand von circa 20 prozent ich sage jetzt auch absichtlich circa weil man kann das auch noch komplizierter rechnen und noch ein bisschen mehr darüber nachdenken das ist aber für unseren zweck gar nicht notwendig haben wir ein rückgegassen abstand von 30 metern dann haben wir halt nur noch 15 prozent rückgegassen anteil an der gesamtfläche und haben wir rückgegassen abstand von 40 metern haben wir noch zehn prozent rückgegassen anteil an der gesamtfläche soll heißen je länger der arm von unserem harvester desto weiter kann der rückgegassen abstand sein dass der harvester noch jeden baum raus pflücken kann der im wald noch irgendwie rum steht und das ist gut weil wir dann insgesamt weniger rückgegasse am gesamtwald haben und damit haben wir halt eben eine produktive fläche auf der wirklich bäume wachsen von entweder 20 80 prozent der gesamtfläche oder eben 90 prozent der gesamtfläche oder irgendwas dazwischen und zehn prozent mehr holzfläche zu haben beziehungsweise zehn prozent punkte in diesem fall das macht schon was aus beim ertrag und daran kann also da kann einem waldbesitzer beziehungsweise einem forstunternehmen oder wem auch immer einer försterei forstbetrieb das ist das wort was ich gesucht habe durchaus dran gelegen sein dann eher einen schweren harvester einzusetzen auch wenn der natürlich ein bisschen mehr bodenverwundung verursachen kann und man sich eben noch immer nicht sicher ist ob er denn überhaupt mehr bodenverwundung verursacht weil wie ihr sehen hat der gute kollege hier acht räder und acht räder ist natürlich noch mal zwar hat er mehr gewicht mehr tonne aber eben auch viel mehr fläche auf die er eben seine tonnen verteilt und ja das sind also so spannende themen wozu wir noch viel zu wenig wissen also die forschung welcher harvester welchen einfluss auf die bodenpfleglichkeit hat die gibt es und die ist auch wichtig aber sie ist noch nicht abgeschlossen also wir müssen in dieser hinsicht wirklich noch einiges lernen noch mal möchte ich betonen empfindliche böden gar moorböden moorige böden wasserführende böden wenn du da mit dem harvester durchfahrst dann der versinkt dir zwar nicht du kriegst den schon wieder raus aber das sind dann halt wirklich bleibende schäden die du im wald relief hinterlässt die bestenfalls dann als habitat für die gelbbauchung gediehen schlechtestenfalls sind es dann einfach gräben die zur entwasserung des baldes beitragen das können wir uns nach den dürre jahren die wir leider erleben mussten und der porkenkäfer katastrophe die überleben müssten schon auch nicht leisten ja also bei aller respekt vor dieser technik und die ist ja auch schon faszinierend also ich kann mir nicht vorstellen dass es viele männer gibt die nicht einen gewissen spaß an diesen maschinen haben zumindest nicht einen gewissen respekt vor diesen maschinen haben mag sein dass es die gibt ja sicher gibt es die aber ganz unspannend sind die nicht also mindestens für kinder es gibt übrigens auch jede menge harvester spielsachen übrigens für jungs die irgendwie in forsthaushalten groß werden und gerne daheim statt mit melkw halt mit einem harvester auf dem fußboden hin und her fahren möchten es gibt auch harvester bobby cars ja und bei dem schweren modell was wir gerade gesehen haben ist für mich persönlich im regelfall auch die grenze erreicht wo ich ein harvester noch einigermaßen befürworten kann es gibt ausnahmen da kann es dann auch mal so ein gerät theoretisch sein das ist der impex königstiger der heißt ganz international königstiger weil impex ist eine deutsche firma sitzt in bayern ich glaube bei straubing wenn mich nicht alles täuscht falls doch dann tut es mir leid und zählt zu den schwersten harvestern die es so gibt das ist also so ein richtiges heavy duty modell der lohnt sich eigentlich fast nur bei kalamitätsaufbereitung meistens oder für spezialanwendungen wo man sehr viel verjüngung unterm bestand hat da kann so ein schwerer auch mal von vorteil sein weil er die bäume halt raus hebt stehend stehend entnahme nennt man das dazu können wir uns mal den hannibal noch angucken der ist noch mal eine nummer größer wie 50 tonnen da kommt da und hierzu sei auf den entsprechenden link in der video beschreibung verwiesen das ist wie ihr sehen könnt offiziellen video ich brauche nur dieses eine bild das könnt ihr euch gerne mal angucken da sieht man den hannibal sehr schön in aktion der hannibal hat erstmal einen super langen kran also wirklich eine enorme kran reichweite ich glaube bis zu 20 meter wenn ich das richtig in erinnerung habe und außerdem wie ihr hier sehen könnt im bestand hat er so einen ausläufer nach oben von seinem fellkopf also ganz unten der fellkopf oben raus so ein langer langer zusätzlicher im prinzip hat er ein riesiges maul wie eine schlange die ihren unterkiefer ausklappen kann und ihren mund ganz weit aufmacht das kann der hannibal auch und damit kann er halt oben den stamm auch noch weiter oben zusätzlich festhalten das heißt er hebt ihn über die untersten ich weiß nicht wie weit das ist 5 meter oder was hebt er ihn fest und hat damit natürlich eine ganz andere möglichkeit weil der stamm wird ja schnell instabil sobald du den bewegst er kippt ja sofort zur seite und wenn er einmal kippt dann ist auch ein 50 tonnen gerät nicht mehr in der lage das kippen des stammes aufzuhalten aber durch eben diese verlängerung kann er den stamm wirklich raus pflücken so wie ihr den stamm jetzt gerade seht hat er schon keinen kontakt zu seiner wurzel mehr der ist schon abgeschnitten und hebt den stehend sozusagen aus dem bestand raus und was man hier auch schön sehen kann unter den ganzen fichten stehen ja schon jede menge buchen zum beispiel würde man die bäume jetzt einfach umschneiden und umschmeißen dann würden die mit ihrer krone in die buchenverjüngung reinkrachen und die ganze buchenverjüngung wäre kaputt oder zumindest ein sehr großer anteil davon und dann hättest du dir die mühe überhaupt eine buchenverjüngung dahin zu stellen sparen können die ist gepflanzt weil die überlebt niemals das fällen der altbäume wenn du die nicht wie begänse blümchen aus dem wald raus pflücken kannst und damit das eben geht bei der dimension dieser bäume das sind jetzt zum beispiel schon baudurchmesser damit kannst du bretter machen für den hausbau balken machen für den hausbau also das ist schon eine ganz andere holzqualität als das bei den dünnen stemmen bisher der fall gewesen ist ja und da ist es jetzt entscheidend das ist eine spezialanwendung wo dann so ein hannibal halt wirklich eine gute investition ist der hannibal ist so arsch teuer dass sich das wirklich auch nur dann lohnt wenn das holz was man da rausholt auch eine gute qualität hat aber ich bin mir sicher bei dieser maßnahme die wir hier übrigens auch im video gerne begutachten können wer sich dann noch in tiefer für interessiert guckt euch das wirklich gerne an ist spannend da sieht man also wirklich wo der hannibal mal zum einsatz kommt und erfährt auch noch ein bisschen was zur firma impex und ja das ist also vielleicht ganz interessant also seltener fall wo ich dann mal solche riesigen massiven maschinen befürworten kann am ende des entsprechenden videos sagt übrigens auch der chef von impex oder einer der chefs von impex dass sie zwar noch ein bisschen an neuentwicklungen arbeiten aber in sachen größe geht da nichts mehr weil noch riesigere maschine werden einfach mit der bestandespfleglichkeit irgendwann dann völliger unsinn weil 50 tonnen ist schon mehr als schwer genug das kannst du auch nur auf böden verwenden die nicht zu bodenverdichtung neigen sonst hast du da hinterher tabula rasa auch wenn der hannibal wie auch das sehen wir beim königstiger besser ich blende euch den noch mal ein sehr breite und vor allen dingen sehr lange raupen hat mit denen er unterwegs ist das heißt die fläche mit der der auf dem boden aufliegt bei seinen zig tonnen ist gigantisch und damit ist der bodendruck pro fläche auch wieder halbwegs akzeptabel aber ja auch eben der enorme motor und die vielen ps die so ein ding hat ich meine 300 bis 400 irgendwie je nach modell das ist schon trotzdem immer noch eine vibration die sich nie ausschließen lässt dass es sich auf den boden überträgt und damit ja muss man schon wissen wann man mal so ein modell weder sowohl den königstiger als auch den hannibal wirklich mal einsetzen muss für feinarbeiten also was anderes als endnutzung wurde wirklich auch das dicke holz dann rauskommt in der endnutzung für durchforstung spricht dünne stämme rausnehmen großteil der stämme stehen lassen kannst du den nicht einsetzen dafür ist der auch wieder zu riesig oder sagen wir mal du kannst sie nur sehr schwierig dafür einsetzen unmöglich ist es auch nicht aber gerade eben für endnutzung ohne die verjüngung die dann zu diesem zeitpunkt ja auch hoffentlich unter bestehenden bestand schon drunter steht kaputt zu machen das ist das einsatzgebiet und dafür gibt es auch keine alternative das kannst du entweder nimmst du in kauf dass du einen teil deiner verjüngung wieder verlierst oder du rufst den hannibal viel mehr optionen gibt es da eigentlich fast nicht zumindest meines kenntnisstandes nach vielleicht hat der ein oder andere findige förster auch noch nass im ärmel dann schreibt es gerne in die kommentare liebe kollegen falls ihr das mögt ja dann gibt es in der harvester technik noch ein paar spezialfälle und zwar den schreitbagger menzi muck aus der schweiz von der menzi muck ag ja also das ding ist erstens sehr sympathisch zweitens fast schon niedlich und drittens in jedem beliebigen gelände gelände gängig und den gibt es halt auch mit harvester aggregat dass da also statt einer baggerschaufel hat vorne einen fellkopf hat und dann kann der auch am steilhang oder bei unzugänglichen gebieten wirklich an den abartigsten orten noch einen baum rausholen und dadurch dass er relativ klein ist kommt da eben erstens überall durch und zweitens hat er dann auch nicht allzu viel bodenverwundung der nachteil es gibt ihn halt nur mit vier reifen damit ist der bodendruck pro quadratzentimeter trotzdem noch relativ hoch hier sehen wir übrigens das harvester aggregat vom menzi muck aber ja einfach nur um noch mal einen spezialfall angesprochen zu haben für sonderfälle der harvester technik oder halt eben der generellen forst technik wie gesagt der menzi muck ist prinzipiell universalgerät da kannst du alles mögliche vorne dranhängen tolles ding ich wollte nur kurz erwähnt haben ja also hier noch mal die übersicht motorsäge wie gesagt lassen wir weg dann haben wir ein kleines modell ja gesehen der aber eigentlich schon zur h2 kategorie gehört h3 hammer gesehen hier übrigens auch angedeutet dass man um die räder halt eben noch boogie bänder drum rum machen kann gerade wenn es so beieinander liegende räder sind h4 das sind eben die raupen harvester die richtig krassen dinger p wäre dann der sogenannte kran prozessor das heißt das ist einfach ein kran an den du ein harvester kopf dran gehängt hast den du aber nur auf der straße fahren kannst das heißt der geht nicht in den bestand der hat mit seinen kleinen rädchen da keine chance auf der rückegasse nennenswert rumzufahren das ist häufig eine günstige lösung weil hast du halt einmal so ein kran mit dem du auf der waldstraße rumfahren kannst dann kannst du da ein kran also ein harvester kopf dranhängen ein zerspaner dranhängen eine fräse dranhängen eine baggerschaufel dranhängen und so weiter ist einfach die lösung ein mit one tool option sozusagen der schweizer taschenmesser der forstechnik sind solche kran prozessoren beziehungsweise solche kräne die halt multifunktional dinge angesetzt bekommen können haken wie gesagt nur straßen fähig mindestens vorstraßen fähig und ja daher so häufig habe ich die bisher noch nicht im einsatz gesehen ich freue mich immer wenn ich mal einen sehe und kann dann erwähnen was das ist so und dann haben wir noch hw das ist der sogenannte harvorder in der praxis auch eher selten eingesetzt ist das ein verbindungsstück von harvester und vorvorder soll heißen im grunde erstmal ein harvester das heißt der pflückt da die bäume entastet die sekt die klein sekt die schön auf passende länge und jetzt hat er hinten dran statt eben einfach den motorblock sozusagen hinten dran zu haben hat er noch ein kleines gerüstchen einen sogenannten rack wo er dann eben seine abgeschnittenen stämme die er ja sowieso schon gegriffen hat mit seinem fellkopf eben gleich hinter sich noch sozusagen sich selbst auf den rücken schmeißen kann ja und dann bringt er die gleich gleichzeitig mit raus das heißt du hast nicht zwei arbeitsschritte weil dazu kommen wir jetzt gleich dass der harvester das zeug alles schön umschneidet und im regelfall auch schön neben die rückegasse legt ja aber raus schleppen aus dem wald tut das nicht er schneidet es nur um sägt es auf die passende länge und schneidet dabei die äste ab das war's mehr kann der nicht es gibt momentan auch nicht wirklich ein funktionierendes modell das gleichzeitig noch entrinden würde beim äster abschneiden das hat man schon ein paar mal überlegt ob man das nicht vielleicht mal hinkriegt aber momentan ist es in der praxis so dass man wenn entrindet werden soll das kann wichtig sein um zum beispiel käfern die nahrungsgrundlage wegzunehmen die im holz noch drin sitzen ist gerade insbesondere beim fichtenborken käfern thema dann stellt man zusätzlich zum harvester der auf der rückegasse unterwegs ist auf die vorstraße so einem p hier so einen kranprozessor nur dass man dem eben statt einem klassischen harvester kopf einen entrindungskopf zum beispiel aufsetzt und dann kann der zum nur als beispiel eben damit die entrindung machen das ist aber in jedem fall noch ein zusätzlicher arbeitsschritt aber zurück zum harvorder der harvorder fällt entastet schneidet zu und sammelt auf und bringt es zur vorstraße und legt es da als polter hin polter sind diese großen holzstabe die kennen wale hat jeder schon mal gesehen der jemals im wald war so also der übernimmt quasi beides das fällen und übrigens auch das zuschneiden und so weiter aber und das rücken rücken ist der fachbegriff für den transport von holz außen bestand bis zur waldstraße und unterscheiden streng genommen kann man unterscheiden zwischen vorrücken und liefern und vorliefern und all so ein zeug aber diese fachbegriffe lasse ich jetzt einfach mal weg wir nehmen rücken einfach jetzt mal sammelbegriff für den gesamten transport von holz das irgendwo im wald rumliegt bis zur vorstraße auf der vorstraße selber kann dann der lkw fahren ob der jetzt einen kran hat oder nicht kann ein ganz normaler handelsüblicher lkw meistens also handelsüblicher halbwegs geländegängiger lkw zumindest da dann hinfahren da soll es dann eben auflagen so und dann kommen wir jetzt eben zu den rücke maschinen der harvester hat es gefällt wie gesagt das holz liegt jetzt bestenfalls an der rückegasse rum wie kriegen wir es jetzt dahin wo es der lkw aussammeln kann dafür das nächste bildchen und das beinhaltet jetzt die schlepper auch skidder genannt schlepper haben dem namen nach die lustige eigenschaft dass sie dinge in der gegend rum schleppen das heißt die ziehen holz das ist ganz entscheidend im gegensatz zum vorworder der kommt nachher und der harvorder der ja auch schon den vorworder mit innebegriffen hat ist der schlepper oder skidder eben in gewissermaßen gewissermaßen die evolution von dem ding was wir hier als t eingezeichnet sehen nämlich dem tier tier rücke verfahren gibt es bis heute sind bis heute durchaus noch praxis relevant es gibt situationen da ist so ein rücke pferd wie wir es hier sehen können ein schönes kaltblut im schnitt so mit 800 kilo tolle tiere ist tatsächlich manchmal die günstigste option und vor allem eine sehr pflegliche option weil die zwar durchaus mit ihren 800 kilo auf vier hufen einen gewissen druck pro quadratzentimeter auslösen aber niemals einen flächigen und ein pferd vibriert nicht und das ist halt ein großer vorteil im vergleich zu allem was ein motor hat dass wir keine tiefen verdichtung durch den vibrationseffekt erzeugen können und damit ist außerdem ist ein pferd sehr wendig es kann um die ecke gehen es sieht möglicherweise auch dinge die der pferdeführer vielleicht übersieht gute rücke pferde sind genauso wichtig wie der pferdeführer selber und bilden zusammen zwischen mensch und pferd eine einheit und den beiden beim arbeiten zuzugucken macht auch einfach spaß ist auch was fürs dorf neben dem wald dass man einfach zu besuch kommt und dem pferderücker dabei zuguckt wie er halt eben holstämme mit seinem pferdchen aus dem wald zieht und wenn das pferdchen mal pause macht kann man ihm eine möhre geben vielleicht wenn man darf und ein bisschen streicheln und man soll auch schon kinder gesehen haben die mal drauf sitzen durften da kannst du dich fast schon quer drauf legen so breit sind die also rücke pferde sind schon tolle tiere aber gut dazu gleich noch eigentlich nehmen die gerade eben nicht noch groß viel mehr zum rücke pferd weil wir wollen ja von forsttechnik reden rücke pferd gibt nochmal ein extra video beziehungsweise hatte ich schon mal eins links neben unserem pferd ist die lf sfw grob gesagt sind das einfach die kleinen fell rücke raupen geräte also das könnt ihr euch vorstellen als ein kühlschrank auf raupen also von der größe her ungefähr ein kühlschrank ist natürlich kein kühlschrank mit einem rücke schild das sehen wir hier links von dem gerät dieses dieses ja umgekehrte l mehr oder weniger was da dran hängt da kann man eben von stamm dran ziehen dann liegt er auf diesem rücke schild halb auf und wird halb dagegen gedrückt und über dieses l verläuft eine stahlseil seilwinde und mehr braucht es eigentlich nicht und dadurch dass die sehr kompakt sind das ist ja im realistischen größenverhältnis zu unserem kaltblüter fährt brauchen die halt auch nicht viel platz sind auch sehr wendig und gerade leichte modelle wie das was gleich kommt sind durchaus in der lage durch ihr geringes gewicht minimalste botendrücke von unter einem kilo pro quadratzentimeter zu erzeugen und das ist also schon eine ganz ganz tolle technik meiner meinung nach sehr zukunftsfähig und eigentlich war ja der vergleich von dieser rücke raupe da und unserem pferdchen das was ich ursprünglich als video machen wollte bis mir eingefallen ist dass ich über die ganze andere technik auch mal reden müsste so s1 s2 das sind forstschlepper s1 ist noch irgendein beliebiger traktor an dem man eine seilwinde und ein rückgeschild festgemacht hat da kannst du im grunde fast jeden traktor nehmen aus der landwirtschaft machen viele landwirte so die gleichzeitig noch ein bisschen wald haben sie wären auch schön blöd wenn sie es anders machen würden wenn sie das gerät schon da haben s2 ist dann schon forstschlepper der hat schon gleich noch einen kleinen greifarm der kann also einen polter bauen also die holzstämme gleich aufschichten und dann kommen wir zur s3 maschine die schon deutlich heftiger hat wieder ein knickgelenk die gibt es dann auch als s4 mit kran und s5 ist dann die fast schon raupenausstattung theoretisch gibt es auch noch einen ganz kompletten raupenschlepper aber dann wird es irgendwann unrealistisch für richtig schweres holz und heavy duty arbeiten so wir kommen zu den bildern das ist jetzt also der moritz moritz fr 75 der hat 75 ps und hier sehen wir ihn ein bisschen beim holzrücken leider musste ich das bild von der homepage des herstellers klauen weil ich ums verrecken kein open source material gefunden habe ich hoffe nicht verklagt zu werden ich habe nur lobendes für moritz zu erwähnen das ist wirklich eine ganz tolle maschine und könnte die forstechnik revolutionieren und ist vor allen dingen für schonende ökologische waldwirtschaft wirklich eine nummer wenn man nicht das pferd einsetzen kann aus verschiedenen gründen ist der moritz wirklich eine überlegung wert hier sehen wir auch nochmal das rücke schild also dieses schild was er da vorne dran hat und die seilwinde an dem da gerade der stamm hängt das ist die rückeausstattung moritz ist aber zusätzlich noch ein universal gerät und kann auch verschiedene bauteile statt des rücke schilds und der seilwinde angebaut bekommen zum beispiel ein mulcher eine schneefräse ein hackschnitzelmacher also ein hacker und was weiß ich was alles auch mäh generell mähgeräte den kannst du quasi auch als super krassen rasenmäher verwenden und außerdem hat er noch einen kleinen stauraum wo du dein bier drin äh äh deine thermoskanne mit kaffee selbstverständlich drin aufbewahren kannst ne also ich finde die wirklich klasse und nochmal die kriegen nochmal ein extra video moritz und das pferd und daher hier wirklich nur ganz kurz angerissen trotzdem muss ich noch erwähnen die besonderheit von so einer kleinen rücke raupe wie dem moritz wie auch beim pferd also das haben die beide gemeinsam besteht halt vor allen dingen darin dass sie auch abseits der rückegasse im bestand rumfahren beziehungsweise gehen können und dabei fast keine bis hin zu tatsächlich keine schäden am boden verursachen und das ist halt eben einmalig das kann sonst kein anderes system außer theoretisch der helikopter oder möglicherweise noch ein seilkran dazu kommen wir noch aber für die praxis ist es im regelfall tatsächlich die einzige möglichkeit abseits der rückegasse überhaupt ein bisschen mehr kraft auszuüben als halt ein mensch auszuüben in der lage ist und das macht eben das alleinstellungsmerkmal dieser systeme pferd wie moritz aus ihr seht ja nochmal damit das auch wirklich eindeutig ist der stamm hängt direkt am gerät und das gerät kann jetzt wendig eben zwischen den bäumen durchfahren den stamm also auch slalom mäßig zwischen den bäumen aus dem wald raus transportieren ohne jetzt eben zwingend das ganze auf brechen kommt raus zur rückegasse transportieren zu müssen wenn das halt wirklich mal nicht geht oder nur super umständlich ist dann kann so ein moritz da außerordentlich hilfreich sein und ist damit eben eine speziale anwendung für spezielle fälle sozusagen also das gleiche gilt auch für das pferd möchte ich nur noch mal betont haben dass eben dieses alleinstellungsmerkmal die rückegassenfreiheit sozusagen ist ok da das hier sowieso ein mammutwerk wird dachte ich mir kann ich das pferd ja vielleicht auch doch noch mit rein nehmen das ist also jetzt so ein typischer kaltblüter häufig gibt es auch wettbewerbe wo man mit dem kaltblüter eben arbeitet was hat das pferd hier für eine ausstattung es hat um den hals ein sogenanntes komet das gibt es seit mittelalter war damals noch eine technische revolution heute vielleicht nicht mehr ganz aber das ermöglicht die kraftübertragung auf den gesamten oberkörper des pferdes ochsen hat man früher noch mit dem sternjoch in der gegend rumrennen lassen und auch holz transportieren auch der ochse war als forsttier sozusagen unterwegs und musste dann aber eben die kraft über seinen hals auf das wasser gezogen hat übertragen und der hals ist halt doch ein stück weit eine wachstelle hier wird es direkt auf die schulter und damit eben auf den gesamten oberkörper dieses extrem kräftigen pferdes übertragen was einem rückepferd ermöglicht die hälfte seines körpergewichts problemlos über mal eine kurze strecke und wenn es dann nach pause machen darf mal zu ziehen ja nicht super dauerhaft aber immerhin und wenn das jetzt ein 800 kilo pferd ist ich bin nicht gut im pferdegewichte einschätzen vielleicht ist es auch ein bisschen leichter dann sind das immerhin 400 kilo und damit kann man schon ein bisschen holz transportieren jetzt muss ich auch sagen klar das ist erstmal klingt das viel aber verglichen mit dem was die großen maschinen leisten können ist es natürlich immer noch wenig moritz 75 ps rückepferd wenn es ein ganz riesiges massives tier ist 1,5 ps ja das darf man also schon auch nicht vergessen das schöne ist moritz hat eine fernbedienung ich hatte mal überlegt ob ich das als vorteil erwähne dass so ein moritz halt krass ist weil er eine fernbedienung hat das pferd hat aber halt auch eine fernbedienung gut ausgebildete rückepferde reagieren auf zuruf und haben so eine seile so eine leine die sie hinter sich her schleppen eigentlich nur für details wirklich hervorragend ausgebildete rückepferde kannst du fast freihand mehr oder weniger die arbeit machen lassen man muss noch neben dran laufen das sowieso man muss ja die baumstämme dran machen und wieder ab machen aber das ist eine freude einem gut eingespielten pferd und pferdeführer gespannt bei der arbeit zuzugucken also wirklich eine ganz schöne sache nach wie vor relevant und kann sehr günstig sein muss man dazu sagen gerade wenn die rückeentfernungen pro lauf gering sind das pferd ist auch schneller als ein moritz moritz ist maximal 6 km h schnell aber nicht im gelände und so ein pferd das schafft 6 km h eben auch über stock und stein teilweise wenn man das dann möchte und je nachdem was man hinten dran hat dafür hat ein pferd halt laufende kosten weil es hunger hat und man darf sie auch nicht über beanspruchen aus tierschutzgründen müssen die entweder alle vier stunden ausgetauscht werden oder wenn sie den ganzen tag acht stunden lang arbeiten sollen brauchen sie danach einen ruhetag das heißt man braucht mehrere pferde als pferderücker unternehmen um da einigermaßen wirtschaftlich zu sein ja abgesehen vom kummet hängt dann natürlich diese langen lederlaschen dran nach da hinten und dann sehen wir da so eine kleine schlittenartige konstruktion die hängt meistens an einem ortscheid letzten endes hängt da die kette dran das ist also ein bewegliches gelenk das sich am ende dieses schlittens schlittenartigen objektes befindet und da kann man dann halt eben das holz dran hängen und das ermöglicht schon eine sehr effiziente kraftübertragung rückgepferde sind seit jahrtausenden gezüchtet und wollen arbeiten die haben da auch spaß dran und das ist artgerechte tierhaltung wenn man so möchte weil die eben über die jahrtausende so auf eine symbiose zwischen mensch und pferd angewiesen sind dass ich da wirklich sagen muss da gibt es kaum was schlechtes dran auszusetzen das ist eine tolle sache wenn sie dann gut behandelt werden aber ich kenne jetzt keinen fall wo jemand sein rückgepferd nicht gut behandeln würde ja und das hier der stür oder wie die heißen ist so ein universal traktor der zum beispiel auch gerne eben den kannst du auch auf dem acker verwenden den kannst du quasi fast überall verwenden und er wird halt gerne mit forstausrüstung sprich mit einer seilwinde hinten dran die wir nicht sehen können und einem rückgeschild hinten dran das wir nur in ansätzen sehen können gerne auch mal im wald eingesetzt also vielleicht die günstigste variante wenn man einen landwirtschaftlichen betrieb hat und gleichzeitig eben noch ein bisschen forstwirtschaft dann ist man mit so einem gerät hier gut beraten im prinzip ist er der nachfolger vom pferd wenn man so will weil du fährst mit dem ding rückgeschild Richtung wald gerichtet an die straße ran an den straßenrand oder alternativ kannst du auch auf einer rückegasse rumfahren das schafft er mit seinen reifen solange es gerade nicht furchtbar schlimme bedingungen herrschen auf der rückegasse rumzufahren und hängst dann dein stahlseil das heißt du musst das greifen läuft mit dem stahlseil quasi dahin wo der baum ist den du haben möchtest bindest den da dran und dann ziehst du mit der seilwande vom gerät also du fährst nicht mit dem langen seil wieder weg sondern du ziehst den stamm mit der seilwinde zum gerät hin zum traktor und dann hängt der stamm so halber auf dem rückgeschild und dann kannst du damit wegfahren das ist auch ein relativ langwieriger prozess weil man jedes mal das stahlseil ja wieder ausfahren also händisch auslaufen hinter sich her ziehen muss und ja dadurch dass man das dann wieder das geht auch per fernbedienung das ranziehen und so weiter ist das eine recht langsame manchmal relativ langweise mühsame angelegenheit aber selbst eine kleine seilwinde hat mehr power als ein pferd das darf man natürlich auch nicht vergessen und man kriegt damit also zur not auch mindestens mitteldicke stämme aus dem wald raus selbst mit so einem kleinen gerätchen da muss man manchmal ein bisschen aufpassen im schlimmsten fall kann man vorne übrigens auch noch mal eine kette oder ein seil dran machen und den kleinen traktor noch an dem baum befestigen damit er wenn er eine starke seilwinde hinten dran hat nicht von der kraft seiner seilwinde selber mit gezogen wird anstatt das holz zu sich zu ziehen weil die halt doch vergleichsweise leicht sind und ja wenn es dann zu starke durchmesser sind oder man ein bisschen schneller arbeiten möchte oder man kann mit dem ding ja die sachen wirklich nur in der gegend rum schleifen man kann keinen schönen polter bauen also jedenfalls keinen mehrgeschossigen polter fünf stämme nebeneinander legen geht schon wenn man da weiß was man tut und gut mit dem gerät umgehen kann aber deswegen gibt es dann halt die modelle die vor spezial schlepper sind die heißen auch so vor spezial schlepper nämlich zum beispiel diesen hier nämlich ja eben den schönen kotschenreuter profi von unseren geschätzten nachbarn in der alpen republik österreich ne der hat hier sehen wir noch mal schön das rückgeschild auch die dazugehörige seilwinde ist da andeutungsweise zu erkennen jedenfalls hängt da sowas runter ne und er hat zusätzlich noch einen kran der ist auch etwas schwerer hat noch mal riesigere reifen hat damit auch eben kann eine höhere zugkraft aus seiner seilwinde vertragen ohne gleich selber mitgezogen zu werden und kann halt ein polter auch richtig aufladen im sinne von dass er die stämmchen auch gestapelt bekommt das ist in der praxis durchaus relevant weil man selten so breite vor straßen hat dass man da 15 stämme nebeneinander legen kann danach kommt kein mensch mehr durch da du selten der einzige bist der diese straße nutzt wenn du zum beispiel ein privatwaldbesitzer bist ein großer privatwaldbesitzer mag vielleicht noch so ein gerät vielleicht sogar selber besitzen das ist grad noch so vorstellbar so große privatwaldbesitzer gibt's und da haben die trotzdem meistens nicht die alleinigen nutzungsrechte an der entsprechenden vorstraße das heißt du darfst die vorstraße nicht blockieren und muss gucken dass dein polter schön neben der straße liegt damit man noch durchkommt außerdem spätestens der lkw der die stämme irgendwann mal zum sägewerk fahren soll im besten fall der muss ja auch noch dran vorbeikommen um die überhaupt aufladen zu können das heißt man muss schon platzsparend sein holz am wegesrand poltern und dafür braucht man im grunde ein kran alles andere ist so mühsam dass das schwierig wird übrigens auch noch mal ein klarer nachteil vom pferd oder von der ruckeraube moritz dass die zwangsweise auch keinen kran haben wobei bei moritz weiß ich nicht ob da nicht vielleicht irgendwann sogar noch mal ein moritz kran erfunden wird wäre vorstellbar aber das pferd hat in keinem fall einen kran man muss also noch einen externen kran an irgendeinem anderen gerät zum beispiel so einen hier zusätzlich noch einsetzen wenn man schön hoch gepolterte polter haben möchte also die dinger hier sind wirklich ein tolles arbeitsgerät die sind sehr universell einsetzbar und haben eine sehr gute preis leistungs preis leistungs verhältnis sozusagen soll heißen die kosten nicht gleich ein riesiges vermögen und können dafür sehr viele anfallende rückgiftätigkeiten schon ausführen zur not auch vereinzelt wirklich auch richtig dicke stämme das problem ist jetzt generell bei sämtlichen schleppern ja egal welches modell wir bisher angeguckt haben die ziehen das holz hinter sich her mit dem rückgeschild den kannst du auch ein stück weit hoch fahren viele modelle davon kannst du das obere end also das ende am traktor sozusagen stück weit hoch heben sodass nur das hintere ende vom baumstamm wirklich über den waldboden schleift also erstens fährt sich dann leichter und zweitens gräbt sich sozusagen nur die rückseite vom stamm eine furche in den waldboden aber je nachdem wie schwer der stamm ist gräbst du halt jedes mal eine furche in den waldboden und gerade wenn du nur an einem seil hinter dir her ziehst ohne ihn mit einem rückgeschild ein stück weit hoch gehoben zu haben oder zusätzlich noch durch den kran zu sichern im fall vom vom kotschenreuter hier ist das das ist halt schon ein thema weil man im prinzip mit einem holzflug den wald umpflügt und das problem ist ja wenn du die zurückgegasse zerrst die einzelnen stämme dann hast du insgesamt sagen wir mal du holst da 20 stämme raus an 20 verschiedenen orten dann wirst du auch 20 schleifbahnen haben die zurückgegasse hin führen und hast da also an vielen stellen mindestens mal die bodenverwundung durchgeführt wie schlimm ist jetzt so eine bodenverwundung durch so eine schleifspur naja wenn man nichts wichtiges kaputt gemacht hat eigentlich gar nicht manchmal manche bäume keimen sogar erheblich besser in einer solchen schleifspur als nebendran im unverletzten boden weil sie sogenannte rohbodenkeimer sind die ein aufreißen des bodens sogar brauchen um überhaupt vernünftig wachsen zu können die kiefer profitiert da beispielsweise sehr stark davon nur mal irgendeine genannt zu haben oder zumindest traditionell sagt man dass sie davon sehr profitieren würde unbedingt notwendig ist es auch nicht aber es hilft oder die tanne soll angeblich davon auch profitieren da gibt es widersprechliche sich widersprechende meinungen und ja aber liegt halt irgendwas im weg oder steht was im weg zum beispiel ein kleiner junger baum der im prinzip die tollsten chancen hätte mal ein großer dicker baum zu werden dann wird der halt gnadenlos umgewälzt wenn du da so ein stamm quasi über ihn drüber ziehst also keine chance und deswegen ist das schlepprücke verfahren eben nicht besonders pfleglich für den verbleibenden bestand es ist aber halt das günstigste also da muss man abwägen dafür ist die bodenverwundung auch wieder relativ gering weil schlepprücke für maschinen eben vergleichsweise leicht sind das heißt das fahren auf der rückegasse als solche das richtet nur sehr wenig schäden an bevor ich vergesse kostenpunkt schleifrücken so ein rückepferd das kannst du ganz grob erfahrungsgewert mäßig kosten wenn du dir jemanden holst der mit dem pferd für dich eben das zeug da rausholst so irgendwo zwischen 4 und 8 euro sagen dass es das so kosten kann lustigerweise sind die kosten für den hier beispielsweise so einen normalen schleifrücker mit forst spezialausrüstung wie eben den kotchenreuter sind auch so plus minus im gleichen raum anzuordnen aber das wird halt schnell günstiger das heißt du bist viel eher bei den 4 euro vielleicht auch nur bei den 3 euro 50 möglicherweise wenn du halt größere sortimente rausholst dickere stämme die das pferd schon gar nicht mehr schafft und wenn du mit dem pferd eben versuchst die dicken sachen rauszukriegen dann bist du mit dem pferd aber schnell eben bei den 8 euro also der höchstgrenze die das pferd verursacht an kosten weil es dann halt auch an seine belastungsgrenze kommt man mehrere pferde einsetzen muss und das einzelne pferd eben nicht zu stark zu belasten damit keine kaputten knochen kaputte gelenke und ähnliches bekommt das ist mit den geräten hier na ja die können auch kaputt gehen aber halt viel weniger die sind schon robuster als ein pferd das muss man halt schon so gestehen pferd ist cooler aber nicht robuster und dadurch kann es situationen geben wo du mit dem pferd wirklich günstiger bist und eben auch die stückmasse beziehungsweise die leistung wie viel holz pro zeit holt man da raus kann bei dünnen stemmen mit dem schnellen und wendigen pferd tatsächlich besser sein als mit so einer maschine aber nur im einzelfall im regelfall sobald du dickere stemmen nimmst ist der hier von der leistung also festmeter pro zeit die er rausholt doch deutlich überlegen ungefähr doppelt so viel wie ein pferd schafft und ja das noch mal so grob zu kosten leistung und so weiter gilt auch für andere schlepper modelle dass sich das alles so grob in diesem rahmen bewegt bis auf die ganz heftigen dinger die nützt du bei dünnen stemmen halt überhaupt nicht und damit sind sie eigentlich nur für dicke stemme und je dicker der stamm den du aus dem wald ziehst desto mehr holz hast du pro zeit grundsätzlich also es ist immer effizienter dicke stemme aus dem wald zu ziehen als dünne aber manchmal fallen halt nur dünne an ja und damit sind wir auch bei den heavy duty dingern nämlich hier einmal den hier da hoffe ich auch nicht verklagt zu werden weil ich das kurz von der homepage des herstellers hsm geklaut habe und hier ist diese schematische ansicht glaube ich mal ganz gut geeignet um zu sehen im grunde sind die aufgebaut wie ein harvester der unterschied ist halt der dass sie meistens noch ein rückgeschild haben in diesem fall ist der zum beispiel hinten oder sie haben auch manchmal zwei rückgeschilder manchmal zwei seil winden hat ein harvester ja auch nicht und halt eben ein kran der wirklich nur ein kran ist der greifen kann und kann halt nicht sägen dafür sind sie ein bisschen leichter als ein harvester und der kann halt so viel wie in seinen krangreifer reinpasst an stemmen auf einmal aus dem wald ziehen oder halt eben hinten dran noch ein paar dranhängen oder eben in schwierigen situationen kann er eben auch sachen zum hinten dranhängen mit dem greifarm noch so drapieren dass das er hinten überhaupt vernünftig dranhängen kann man hat also deutlich mehr flexibilität mit so einer vergleichsweise schwierigen schweren rücke maschine dafür ist er jetzt aber nur noch für die waldarbeit einsetzbar der traktor mit forst ausrüstung den kann ich auf dem acker einsetzen oder was weiß ich was damit anstellen das ding ist eine reine forst maschine und für nichts anderes mehr zu gebrauchen wie hier schön ich habe extra den werbetext was heißt werbetext also den beschreibungstext der homepage mitgenommen weil da steht es hinten unten der letzte satz ist relativ aussagekräftig dies macht ihn zum kompakten und leistungsfähigen vor spezial schlepper in mittlerem bis starkem holz für das was er kann rein von der zugleistung und von der kapazität auch stark holz zu transportieren ist er nämlich wirklich vergleichsweise kompakt und leicht anders als eben der hier das ist jetzt die heftige ausführung der hat auch noch mal extra ein extra paar reifen und richtig heftigen kran wie man hier sehen kann der ist jetzt für so richtig starkes holz ne also so eiche sowas in die kategorie eiche wertholz die würde man fast noch mit dem vorworter rausholen wenn es geht aber aber ja da ist man dann so bei richtig schönen tollen wertvollen stemmen kastanie von mir aus dicke du glasien da brauchst du auch so was ja unbedingt da werde also auch gefragt du glasien haben teilweise durchmesser von einem meter sind unendlich lang natürlich schneidet man dann durch du holst da keine 20 meter du glasien stamm irgendwo aus dem wald mit so einem teil aber rein von der leistung her könntest du es wahrscheinlich natürlich haben die jetzt wieder einen entsprechenden bodendruck und da kann man aber jetzt auch wieder zum beispiel boogie bänder drauf bauen drauf geben auf die reifen gerade die beiden dünneren reifen rechts und damit wieder den bodendruck ein wenig reduzieren natürlich auch eine kette auf den großen reifen drauf packen und das knickgelenk ermöglicht trotzdem noch eine gewisse manövrierfähigkeit tolle maschine wenn man sie dann braucht in den allermeisten fällen wird das für die meisten situationen eher nicht der fall sein aber wenn man sie braucht braucht man sie dann muss man auch so ein ding einsetzen kein du bräuchtest tatsächlich im wahrsten sinn des werte wortes zwölf pferde oder am besten noch 24 um das aus dem wald zu zerren was der da schafft also in zeiten des mittelhaltes als man nur auf das pferd zurückgreifen konnte und das noch das beste gewesen ist der ochse war die häufigere variante in vielen fällen weil er halt billiger war da konntest du bestimmte stammdurchmesser einfach gar nicht aus dem wald rauskriegen die musstest du vor ort zu zu planke machen oder vor ort versägen wenn du die überhaupt irgendwie nutzen wolltest stofflich ja bevor wir weitermachen möchte ich aber jetzt noch mal bitte das thema rückgeschäden angesprochen haben das hier sieht auf den ersten blick wie ein rückgeschaden aus ist aber ein wie es warum zeige ich euch denn keinen rückgeschaden wenn ich über rückgeschäden reden will ich habe uns verrecken kein bild dazu gefunden was ich verwenden könnte und bevor ich jetzt in meiner eigenen bilddatenbank rumwühle die leider sehr schlecht sortiert ist weil ich ein kleiner chaot bin habe ich gedacht nehme ich das erst beste also jeder von uns hat garantiert am waldrand schon mal einen baum gesehen der so eine ähnlich aussehende beschädigung aufweist wie dieser obstbaum hier und was heißt am waldrand am wegesrand vor allen dingen und das ist halt einfach ein schaden der entsteht wenn man starke große holzer mit schweren maschinen durch die landschaft transportiert und dabei mal links und rechts gegen den baum stößt das sind halt gigantische kräfte die dann an der stelle gleich die rinde quasi zerfetzen und abschlagen bis auf den holzkern dann ist die rinde an der stelle halt eben kaputt und das kann dazu führen dass an der stelle wo die rinde kaputt ist habe ich schon bei vielen gelegenheiten darüber gesprochen der baum quasi keine schützende haut in gewisser weise mehr hat und kann dann halt sämtliche infektionen die durch keime vorzugsweise pilze verursacht werden nichts entgegensetzen und wenn ein pilz vorbeikommt dann hat er hier leichtes spiel und kann den baum relativ problemlos infizieren der vollständigkeit halber so ein frostriss an einem obstbaum der kommt vor wenn ein obstbaum ziemlich alleinstehend in weiter flur rum steht und bei starkem frost eine gefriertrocknung der äußeren stammen bereiche stattfindet also da gefriert kein wasser im stamm und das wasser dehnt sich aus und dadurch bildet es ein riss also sprengt quasi den stamm das gibt es auch aber hier findet eben einfach ein vollständiges austrocknen der äußeren stammschicht durch ja letzten endes wirklich eben gefriertrocknung statt und dann schrumpft die zellulose schwindet nennt man das im fachjargon und dadurch weil sie überall weniger wird ist der stamm dann letzten endes nicht mehr genug zellulose ausgestattet also sie wird enger und reißt einfach ein und das haben wir hier jetzt aber in der rückgeschaden sieht ganz ähnlich aus und wenn man den am waldrand oder auf einem wahl an einem waldweg vor allen dingen findet oder entlang der rückgasse dann handelt es sich fast immer um einen solchen rückgeschaden so warum sind die jetzt wichtig naja weil die einzelnen forsttechniken unterschiedlich gut oder eben schlecht sind wenn es darum geht rückgeschäden zu vermeiden wir wollen rückgeschäden nach möglichkeit vermeiden einfach deswegen weil ein baum der rückgeschaden hat halt möglicherweise früher stirbt als man das gerne möchte oder auch wenn er nicht stirbt dann eine pilzinfektion hat und das holz dann weniger wert ist als man das gerne möchte also eine holzentwertung stattfindet üblich ist durchaus dass ein baum der eigentlich eine gute b qualität hatte das wäre also zum beispiel bauholz eben dadurch abgemildert wird oder abgewertet wird auf c oder eben in einem bc mischsortiment das ist so das standard dingens mit holz mit dem man so grad noch so bauen kann aber manche stämme sind auch nicht so gut ist halt was so ein mischmasch sortiment dass er halt dann daran land drin landet als im direkten bauholz und das bedeutet einen deutlichen preisverfall für den waldbesitzer das heißt ein waldbesitzer forstbetrieb oder ähnlichem ist nicht daran gelegen möglichst viele rückgeschäden zu verursachen sondern die holzrückung beziehungsweise auch das fällen der stämme das kann natürlich auch so was verursachen wenn der harvest einen baum umschmeißt oder der forstwirt mit der motorsäge einen baum umsägt und der fällt beim fällen an den anderen baum dran schrappt da quasi am stamm runter dann hinterlässt er natürlich auch eine spur der verwüstung das sind wie gesagt große kräfte die sind ja tonnen schwer grad altbäume die da wirken und können dann großen schaden am verbleibenden bestand verursachen und da hat halt wie gesagt niemand was von also wenn man jetzt einmal hingeht der forstwirtschaft nach sagt dass ich ja so böse sei und so tabula rasa macht und es dir völlig der völlig egal wäre dass dabei alles kaputt geht im gegenteil wenn das nicht der fall wäre oder sich vermeiden ließe wäre das für alle beteiligten besser es ließe sich auch mehr geld verdienen es ist also schlicht ein notwendiges übel und es ist einfach unmöglich gänzlich ohne rückgeschäden forstwirtschaft zu betreiben so ein vernünftiger prozentsatz von rückgeschäden also prozent der geschädigten bäume die sich neben einer rückgasse befinden gut wäre sowas um die fünf prozent also 95 prozent ungeschädigt fünf prozent geschädigt üblich sind eher so zehn prozent und 20 hat man auch schon mal gesehen und in manchen fällen gibt es auch situationen da sind nur 20 prozent gesund also nicht rückgeschädigt das ist dann schon etwas wo man überlegen muss ob man da nicht hätte eine bessere forstechnik einsetzen sollen oder halt einfach eine schonendere forstechnik einsetzen sollen manchmal geht es aber auch nicht anders nach dem prinzip wo gehobelt wird da fallen späne und wir hantieren hier eben mit tonnen schweren stemmen und ja da fallen dann definitiv auch späne allein schon beim sägevorgang natürlich ja also das nur um das noch mal kurz geklärt zu haben grundsätzlich gilt je kleiner das maschinchen mit dem man arbeitet desto feiner ist es zu handhaben und desto geringer ist die chance dass man rückgeschäden verursacht soll heißen der forstwirt der profi mit der motorsäge der macht fast keine schäden beim fällen der weiß genau wo den baum hinschmeißen muss und kann das auf einen millimeter genau ja gut das wird übertrieben aber auf drei millimeter genau zielen ja und ja je größer die maschine dann wird ein harvester mit einem super langen arm da muss ja der harvester fahrer auch wenn die das können das ist bemerkenswert muss ja wirklich einschätzen können wenn er jetzt mit seinem ewig langen arm da hinten irgendwo ins joche greift im wald der nicht gerade durch eine besondere übersichtlichkeit in alle richtungen gekennzeichnet ist und da jetzt ein baum rausheben möchte und den dann da raus zu kriegen ohne jemals irgendwo anders dran zu stoßen das ist schon eine große große herausforderung dass das überhaupt möglich ist spricht eben für die gute ausbildung und das feingefühl dass so ein harvester fahrer besitzen muss aber das kann halt auch mal schon mal schief gehen und da muss man eben generell eben sagen je kleiner die maschine desto besser lässt sie sich behutsam bedienen auch die große lässt sich zwar behutsam bedienen aber da ist es halt schneller mal passiert dass auch mal was schief geht als das bei den kleinen maschinenchen der fall ist das gleiche gilt für die rücketechnik also den holztransport ne auch da bist du mit einem pferd natürlich deutlich schonender unterwegs und kannst deutlich vorsichtiger zwischen den bäumen durch manövrieren als mit den großen schleppzügen die wir gerade gesehen haben die tonnenschwerer also wirklich viele tonnenschwere stemme dann aus dem wald zerren können dass da was schief geht ist natürlich wahrscheinlicher so aber damit kommen wir jetzt endgültig weil das auch eben jetzt gerade noch mal relevant ist dann für die nächste form der forstechnik zum tragrücken mit dem forwarder ja und dazu gucken wir uns jetzt noch mal die übersicht an grob gesagt f1 ist im wesentlichen ein so kleiner forwarder dass er schon wieder keine rolle spielt in der deutschen forstwirtschaft wie auch der winzig kleinste harvester den es so gibt in deutschland auch nicht wirklich eine rolle spielt wo woanders auf der welt mag das anders aussehen aber die sind quasi vom markt sofern es dann überhaupt noch welche gibt dann sind es sehr alte modelle die halt noch eingesetzt werden weil man sie halt hat und dann kann man es natürlich logischerweise auch benutzen ab f2 geht es dann los relevant zu werden also unter sechs sechs bereifung passiert da gar nichts gerade bei forwardern weil die halt das schwere holz aufladen also diese körbe die die auf dem rücken haben dient dazu dass das holz da reingelegt wird sind das mit mit nutzlast dann mal abgesehen von dem hannibal das zweitschwerste was im wald so rumfährt und das ist halt besonders wichtig dass die besonders viele reifen haben mögen oder gegebenenfalls eben auch ketten um eben ihren enormen bodendruck möglichst gleichmäßig auf die fläche zu verteilen um eben nicht so sehr schneisen in den boden reinzuschneiden deswegen besonders wichtig sind da auch wieder unsere boogie bänder die hier um die reifen befestigt werden und ja das sehen wir bei f3 insbesondere der da schon an beiden reifenpaaren boogie bänder aufweist was ist bei forwardern übrigens auch vermehrt gibt ist dann noch mal eine doppel bereifung also zum beispiel einer der acht reifen hat hätte dann 16 weil an jeder stelle wo normalerweise ein reifen sitzt das kennt man von lkw dann hat gleich zwei reifen sitzen um eben noch mal die breite der fahrspur erheblich zu erhöhen das ist alles allerdings nur begrenzt praktikabel im wald weil eine rückegasse halt standardmäßig vier meter breit ist und man bräuchte für ein so breites gefährt das dann zwar immer noch wirklich minimalen bodendruck hat das ist schon toll aber man bräuchte dann eigentlich breitere rückegassen und das würde damit wieder die bepflanzbare fläche beziehungsweise die produktive waldfläche die tatsächlich eben was produziert mit dem was anfangen kann noch mal weiter reduzieren die rückegassen einfach breiter machen weshalb sich das aus meiner sicht so bald nicht durchsetzen wird kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen ja rz1 ist dann ein rückezug also quasi ein vorworder der einen anhängbaren rückekorb hat wo das holz reingepackt werden kann und das nächste modell genauso ja das hat insbesondere den vorteil wenn man mehrere von den leeren rückekorben mit in den wald bringt und die quasi dahin stellt wo die holzerntemaßnahme stattfindet dann kann ein maschinchen eben im wald die rückegasse entlang fahren und die baumstämme aufsammeln und da hinten in den rückekorb schmeißen fährt wenn der rückekorb voll ist zurück zur waldstraße stellt den rückekorb da ab schnappt sich ein leeren und fährt mit dem leeren wieder los und während jetzt der vorworderfahrer in dem vorworder der eben das zeug einsammelt fröhlich weiter arbeiten kann ohne unterbrechung kann ein kollege mit einem kleinen lkw zum beispiel das holz aus dem jetzt vollen rückekorb bereits zu einem holzlagerplatz fahren oder einfach mit dem schlepper da den rückekorb anhängen geht auch insbesondere beim schlepper der noch einen kran hat das fährt er gemütlich zu einem holzlagerplatz lagert die stämme da ab kommt mit dem leeren anhänger wieder zurück nimmt den nächsten vollen anhänger wieder mit bringt den leeren wieder zurück und immer so weiter ich denke könnt euch denken das ist einfach aus logistischen gründen mit unter sehr sehr praktisch muss man aber halt eben auch das ganze material was man dann da braucht bezahlen wollen und das lohnt sich eigentlich nur bei sehr großen holzeinschlägen die in der zukunft wahrscheinlich auch eher seltener werden werden also bin mir nicht sicher ob sich das langfristig als die bessere methode im vergleich zu so einem f2er f3er vorworder herausstellen wird ja und dann gibt es noch das komplett anhängen system das heißt man hat einfach wieder einen schlepper sprich ein traktor zum beispiel hängt da einfach einen holz sammelkorb mit kran an und braucht gar nicht extra noch ein vorworder kaufen wenn man das ding doch auch eigentlich mit dem traktor ziehen könnte und ja das ist also so die für kleine waldbesitzer die ihre eigene technik haben wollen günstigste lösungen um an ein tragrücke verfahren ranzukommen das ja sich vielleicht wie gesagt eben auch für einen kleineren waldbesitzer noch bezahlen lässt große betriebe da lohnt sich schon ein richtig ausgesprochener vorworder der genau für diesen zweck gebaut ist ja und zu guter letzt um es kurz zu machen das ist einfach das modell mit raupen drunter das ist dann für die ganz schweren lasten oder ganz empfindlichen böden gedacht wo dann halt eben der bodendruck pro fläche noch mal geringer ist als das mit reifen möglich wäre wird in der praxis in deutschland auch nur sehr selten eingesetzt ja da sich hier wieder nur ausschließlich um forst spezialtechnik handelt vorworder haben keine andere funktionen außer eben wirklich holz einzusammeln hier sehen wir übrigens einen timberjack da will ich das jetzt mit dem beispiel ein bisschen kurz halten jetzt nicht ganz viele modelle einblenden das hier ist so ein mittelgroßer klein bis mittelgroß so irgendwas in dem dreh der transportiert sie jetzt nur wirklich ganz kleines zeug er könnte aber auch durchaus ein bisschen größere stämme transportieren und ja mit den riesenteilen kannst du dann im prinzip auch beliebig große stämme da hinten drauf laden aber ihr seht grob wie das prinzip funktioniert der greifarm ist dafür da das zeug einzusammeln hinten drauf zu schmeißen dann muss er halt nur einmal fahren das ist eben der große vorteil wozu gibt es das tragrückverfahren zwei gründe im vergleich zum schleif rückverfahren erstens man muss weniger häufig hin und her fahren weil man eine höhere kapazität hat pro fahrt um holz zu transportieren hängst du die drei stämme hinten dran dann kannst du halt pro fahrt jeweils nur drei stämme transportieren hast du so ein rückekorb dann kannst du da je nachdem wie klein die stämme sind oder wie groß die stämme sind jedenfalls deutlich mehr als drei in den rückekorb rein schmeißen und wenn das jetzt ein riesen modell wäre wäre das einfach alles im verhältnis proportional einfach viel größer könnt ihr euch denke ich auch vorstellen und dann schafft er da auch jede menge große stämme rein zu schmeißen theoretisch gibt es die dinge auch noch mit anhänger also nochmal einen zweiten rückekorb sozusagen hinten dran flexibel für besonders lange stämme wenn man da langholz raus transportieren möchte also ein doppel rückekorb log rack heißen die übrigens auch und also diese stangen die da hochführen das nennt man log rack wenn die solche stangen die da hochführen eben haben wäre es wirklich ein richtiger korb wäre ein vollständiges stahlgeflecht zum beispiel ja das wäre dann erst rechten korb aber der einfachkeit halber sage ich jetzt einfach nur log rack oder rückekorb und verwenden wir das einfach synonym und denken da nicht weiter drüber nach aber ja das entscheidende wie gesagt er muss weniger häufig hin und her fahren und je nachdem wie lang die strecke ist die hin und her gefahren werden muss wenn wir zum beispiel rückegasse haben die von mir aus auch einen 40 meter abstand zur nächsten rückegasse hat also ein sehr bodenschonendes modernes forstsystem aber dafür ist die rückegasse auch keine ahnung drei vier hundert meter lang und es gibt nur von einer seite wirklich brauchbaren zugang von der straße dann müsste unser rücke fahrzeug ist es egal ob es der da ist oder irgendein schleifrücken da halt jedes mal für jede fuhre holz die bei einem schleifrücker eben nur sehr gering ausfällt drei vier hundert meter zurückfahren im dümmsten fall bis zur vorstraße um da seine last sozusagen abzuladen und drei vier hundert meter wieder vorfahren das kostet natürlich zeit und in den meisten forstbetrieben ist es ja so dass diese maschinen ausgeliehen also gemietet selbstverständlich werden werden und dann eben einfach nach stundeneinsatz bezahlt werden das heißt so ein ding kost pro maschinen arbeitsstunde so und so viel geld und dann musst du halt versuchen in der maschinen arbeitsstunde halt so viele stämme wie möglich raus zu kriegen und da ist ein tragrücke system halt einfach erheblich profitabler beziehungsweise schneller macht mehr stückmasse weil die stämme aufladen vor ort ohne hin und her zu fahren sowieso schneller geht als wenn jedes mal noch eine zweite person oder der fahrer vom gerät selber aussteigen muss zu jedem stamm hin rennen und da ein stahlseil drum wickeln oder eine kette je nach modell dann zurückfahren und am ort wo er das zeug abladen will wieder aussteigen seine kette sozusagen wieder einsammeln und dann kann er es wieder weitermachen und je nachdem wie weit der stamm der eingesammelt werden soll eben von der rückgasse weg liegt muss man ja auch mit dem stahlseil oder der kette von der seilwinde noch ein ganzes stück in den bestand reinlaufen und auch das kostet alles sehr sehr viel zeit und da es ja den harvester gibt der die bäume in kranreichweite greift und in kranreichweite dann logischerweise auch wieder neben der rückgasse ablegt ist es eigentlich ein logischer schritt dass es dann auch den vorworter gibt der mit dem gleichen kran und ein bisschen geringeren kranreichweite weil er nicht ganz so weit lang muss weil der harvester legt ja schon in die nähe sich das zeug dann eben auch mit dem kran greifen kann ja also soll heißen die masse leistung ist wirklich erheblich höher wenn man vorworter verwendet ja und der zweite große vorteil ja das ist ein spielzeug dazu später mehr der zweite große vorteil liegt vor allen dingen eben darin dass man durch das tragrücke verfahren deswegen haben wir eben über die rückgeschäden gesprochene also die in stammen dem man gegen einen stamm dran datscht also einen lebenden stamm einen stehenden baum die schäden die da verursacht werden die kann man halt deutlich geringer halten wenn man nicht das holz in der gegend rum schleift und bei langen stämmen wirklich nicht genau weiß was das ende von seinem geschleiften stamm eigentlich gerade macht wo wirklich schnell mal was schief gehen kann und man schwierig um eine kurve kommt während man schleift ist so ein tragesystem hier halt einfach eine kompaktere angelegenheit und dadurch dass man die stämme aus dem wald raus heben kann da wo sie der harvester hingelegt hat kommt überhaupt kein schleif prozess zum tragen natürlich ist die bodenverdichtung auf der rückegasse jetzt maximal weil lädst du auf so einem vorworter der hat teilweise eine zuladung von so 12 tonnen ungefähr so ein gängiges modell sage ich jetzt mal dann lädst du da noch 12 tonnen drauf dann hatte der vorher selber irgendwie 17 18 minimum tonnen sowas um den dreh und dann hast du also auf gut deutsch man hat ganz schnell mal fast 40 tonnen auf der rückegasse insbesondere mal großes schweres holz transportiert und dafür auch einen schweren vorworter einsetzt das hätte man mit dem honeyball selbstverständlich auch aber der honeyball ist halt nur eine forstechnik die sehr selten zum einsatz kommt ein vorworter hingegen der ist durchaus ganz gut vertreten und häufig unterwegs und je nachdem wie das wetter ist das hatte ich übrigens ganz vergessen zu erwähnen das wetter hat einen wesentlichen einfluss auf die tragfähigkeit der rückegasse ist es zum beispiel gerade winter wie hier in unserem vorherigen beispielbild dann kann man im grunde mit fast beliebig schwerer maschine auf gefrorenem boden rumfahren da kann nichts einsinken der boden ist ja gefroren allerdings kann man sich auf den winter heutzutage halt nicht mehr verlassen ist hingegen gerade zustände wie momentan noch in niedersachsen herrschen und jedes bisschen boden ist vollständig durchgeweicht dann kannst du es völlig vergessen mit einer schweren maschine da auf der rückegasse rumzufahren ohne hinterher wirklich einen halben meter tiefe spuren zu hinterlassen es sei denn es handelt sich eben wirklich um ausgesprochenen sandboden da mag das vielleicht noch funktionieren aber da muss man dann schon sehr 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 vorsichtig sein ja und das reduziert dann halt das anwendungsgebiet schwerer vorworter wenn man seine rückegasse nicht vollständig kaputt machen möchte andererseits muss man aber auch wieder der fairness halber sagen ist die rückegasse einmal kaputt ist es auch schon egal wenn man also vor 20 jahren mal aus weiß ich nicht weil schnell gehen musste oder aus not weil zum beispiel im baum weg musste weil eben die käfer drin sitzen oder sowas in die richtung zwingend weise drüber fahren musste über eine rückegasse obwohl das wetter das eigentlich nicht zugelassen hat und mit zu schwerer technik drüber gefahren ist weil es halt nicht anders ging so dann ist die rückegasse jetzt verdichtet und wenn du jetzt noch mal drüber fährst verdichteter als verdichtet kann die nicht mehr werden das heißt dann ist es auch schon egal und in so einer situation wenn das der zuständige förster weiß dass es eh schon egal ist dann spricht auch nichts dagegen also auch noch mal mit entsprechend schwerem gerät rüber zu fahren sollte man da natürlich vielleicht nicht allzu häufig und allzu öffentlich machen es spielt schon noch mal eine gewisse rolle ob du schwere technik und entsprechende rückgeschäden also an der rückegasse verursacht irgendwo wo ständig opa gerhard mit waldi die vorbeiläuft und böse briefe an die lokalzeitung schickt die diese dann abdrucken oder ob das irgendwo passiert wo keine sau vorsichtig ausgedrückt vorbeikommt und niemand bekommt es mit solche überlegungen auch wenn das jetzt böse ist spielen in der praktischen forstwirtschaft mitunter schon eine gewisse rolle männer die im wald arbeiten gehen da nicht unbedingt hin weil sie viel bock haben auf eine großartig öffentliche auseinandersetzung über ihre arbeit ja daher ist das schon so ein bisschen was in der praxis gelegentlich ein bisschen eine rolle spielt ich kann sehr gut nachvollziehen normaler waldbesucher kann auch gar nicht unterscheiden ob ein schaden an der rückegasse also eine spur in der rückegasse jetzt schlimm ist oder nicht schlimm also ihr wenn ihr ganz viel von meinem zeug geguckt habt könnt das vielleicht sogar schon ein bisschen unterscheiden aber otthonormalverbraucher mit sicherheit nicht und das erschwert halt eben dann auch die kommunikation und ja wie gesagt werden den ternsten tag lang alleine im wald arbeitet das muss nicht immer der kommunikativste zeitgenosse sein das spricht überhaupt nicht dagegen das trotzdem zu tun und das macht einen forstarbeiter in welcher form auch immer harvester fahrer forst wird förster selber in keinster weise zu dem unsympathischen zeitgenossen die haben halt einfach gerne ihre ruhe aber ja das spielt schon eine gewisse rolle ja also der stereotype charakter typ der im wald arbeitet ja hat gern seine ruhe übrigens ich hatte ja irgendwann mal weiter vorne erwähnt dass es forst maschinen auch als spielzeug gibt und dachte ich baue hier einfach mal ein bild von einem solchen ein das ist jetzt wegen urheberrecht auch wieder ein bisschen schwierig deswegen habe ich auch mal genau verlinkt wo ihr dieses produkt finden könnt nicht weil ich es kaufen soll das ist mir scheißegal aber einfach der vollständigkeit halber damit mir hier keiner irgendwelche urheberrechts spielereien vorwerfen kann also das ist durchaus was wo man kindern eine freude machen kann die dinger sind auch nicht unbedingt günstig und das ist hier so ein typischer mittelschwerer beschwerer rückezug eben ein vorworder der stragrücken betreibt der john dea wie heißt da 1210 le rückezug also ich bin auch schlecht in dem den jeweiligen namen von den dingern merken aber das ist so ein ganz typischer klassiker den man häufig also in der realität und nicht aus plastik im walde mal antreffen kann so der vollständigkeit halber gucken wir uns jetzt noch einen mit beraupung an nämlich den hier ja und bei den dingern ist für mich persönlich dann auch häufig die sieht man in deutschland auch ganz selten das ist ein finnisches modell soweit ich weiß ganz selten weil häufig ist da dann auch die grenze erreicht weil wenn beraupung notwendig ist um überhaupt noch über die rückegasse drüber zu kommen dann sind die bedingungen für die befahrung eben einfach gerade nicht gegeben und im besten fall sollte man einfach zum schutz des bleibenden verbleibenden bestandes und der rückegasse selber damit die eben nicht zu tief eingeschnitten wird eben dann einfach darauf verzichten hier noch großartig eine befahrung durchzuführen so wie der jetzt hier steht hat er jetzt keinen sichtbaren schaden am boden hinterlassen aber er ist ja auch unbeladen wenn da jetzt noch ein haufen holz hinten drauf kommt dann sieht die sache ganz anders aus und in finnland hast du ja auch gefrorene böden zu einer gewissen zeit des jahres wo du sicher sein kannst dass du damit solchen maschinen problemlos rumfahren kannst weil der boden ist gefroren wie gesagt du kannst da nichts kaputt machen das sind also ganz andere bedingungen als bei uns in deutschland und deswegen halte ich die raupen vorwärter für fast naja so selten einsetzbar dass man da ganz vorsichtig meiner Meinung nach mit sein sollte und vielmehr muss man zu den dingen dann auch gar nicht mehr erwähnen sieht schon halber aus wie ein panzer ist es auch und im grund im grunde und ja das langt an der stelle dann auch zu den vorwärter vorteile von tragrücken im vergleich zu schleifrücken habe ich erklärt generell pfleglicher nochmal zusammenfassend aber höhere belastung für die rückegasse häufig ökonomischer weil weniger lehrfahrten beziehungsweise hin und her fahren notwendig ist und man mehr mit dem holz direkt arbeiten kann und fast jeder vorwärter hat sowieso schon einen kran und wenn man noch irgendein anderes system verwendet das keinen kran hat zum beispiel wirklich den forstwirt mit der motorsäge der hat ja auch keinen kran logischerweise dann hat man wenn man vorwärter einsetzt automatisch auch immer gleichen kran vor ort und kann einen schönen polter bauen das holz gut aufstapeln man kann es auch mit einem stinknormalen lkw ohne kran abholen weil der vorwärter ja auch in der lage ist den bestehenden polter dann auch hinterher nochmal auf den lkw zu verladen der dann mit dem holz weg fährt das ist also auch nochmal ein kleiner pluspunkt gilt aber für jedes rückeverfahren das halt ein kran hat ein schleifrücker mit klar kran könnte das natürlich genauso so aber jetzt kommt das ganz fancy zeug ja ein stück weit die königsklasse des holz rückens wenn man das so möchte weil am aufwendigsten schlicht und ergreifend auch am teuersten mal abgesehen vielleicht von helikopter rückung sind diese verfahren hier und zwar eben die schwebend oder schleiftragenden schwebend tragende rückung des holzes das ding hier sk1 das ist der sogenannte gebirgsharvester der heißt so im volks ja im fachjargon obwohl er streng genommen kein harvester ist weil ja dann müsste er ja auf der rückgasse rumfahren und so weiter und so fort das ist ein kombi produkt wir haben hier ein lkw häufig also eine trägermaschine auf der eben ein aufbau den man häufig auch durchtauschen kann muss man nicht zwingend das da drauf haben drauf hat der besteht aus erstens einem ja turm einem forstenen mast mast ist das richtige wort an dem befindet sich ein seil genau genommen eigentlich meistens ein dreifachseil aber das spielt jetzt hier keine große rolle und an diesem seil hängt ein kleiner triebwagen der das seil rauf und runter fahren kann entweder hat einen eigenen motor oder er muss halt gezogen werden je nachdem welches modell man hier nimmt in dem fall hier ist es ein wagen der gezogen werden muss das heißt er hat eine seilwinde das untere seil ihr seht ja zwei seile hinter dem wäglichen in dieser kleinen darstellung und das untere seil ist halt eben das seil mit dem man ihn zu sich her ziehen kann runter rutschen tut er von alleine und das obere seile schlicht das tragseil also mindestens zwei seile braucht man immer mindestens auch noch am besten noch ein sicherungsseil also normalerweise ist ein dreiseil system teilweise gibt es noch ein vierseil system auch manchmal mit umlaufendem seil und so weiter dazu vielleicht nachher noch ein bisschen mehr aber das ist jetzt erstmal der grund weshalb wir überhaupt einen mast haben damit wir eben so ein seil nach oben bekommen so und rechts neben unserem mast steht jetzt einfach ein kran prozessor hatten wir schon drüber geredet ein prozessor ist also im prinzip einfach ein kran an dem man den harvester kopf angebaut hat ohne die ganze andere harvester technik dass der halt mit speziellen harvester reifen der gegend rum fahren kann und so weiter und so fort ja also ein komplett system und wenn man über eine kurze strecke zwischen zwei vorstraßen zum beispiel an einem hang insbesondere an einem hang möglichst steilen hang sonst lohnt sich dieses verfahren im regelfall nicht wobei das könnte sich in zukunft noch ändern dazu auch nachher noch ein paar mehr worte an einem hang eben den hang entlang holz holen möchte aber der hang ist so steil dass man da gar nicht mehr rumfahren kann mit normalen harvester oder mit normalen vorwort oder mit was auch immer dann bietet sich vielleicht an die bäume eben an hang händisch umzuschneiden also vom forstwert mit der motorsäge dann sie eben entlang einer sogenannten seiltrasse an diesen diesen laufwagen da dran zu hängen und diesen laufwagen mit dran hängendem holz dann eben den berg hochzuziehen vorzugsweise hoch bis sie eben ankommen in der reichweite von unserem prozessor kran hier und vom prozessor kran dann gegriffen werden und dann schneidet man quasi der prozessor kran schneidet dann die äste ab und macht den stamm klein wie wir das vom harvester kennen und vom harvester gewöhnt sind aber es ist immer noch ein zusätzlicher arbeitsschritt erforderlich zur fällung des holzes dass der baum überhaupt mal da liegt und man ihn am seilkran festmachen kann so das ist das grundprinzip bildmaterial folgt sk2 ist im prinzip dasselbe als anhänger hat nicht als lkw aufbau sondern einfach schlicht und ergreifend als anhänger dann gibt es noch das y das ist im prinzip die variante dass nur den mast sozusagen in form von ja per bagger hinstellbar sozusagen hat das hat auch seine vorteile der mast ist immer noch mobil und wenn man gar keinen kran prozessor braucht weil man zum beispiel die aufbereitung des holzes vor ort macht also der forst wird selber mit der motorsäge einfach die äste abschneidet und den stamm klein schneidet das kann er ja auch logischerweise dauert halt ein bisschen länger dann wäre das eine option oder die gleiche variante auch mobil aber vielleicht nicht ganz so flexibel als sk3 sprich da steht einfach der mast auf dem anhänger und dann gibt es noch sk4 da hast du den anhänger halt zum anhängen an den traktor sozusagen und der vollständigkeit halber ist noch sflw dann eben der selbstfahrende laufwagen der einen eigenen motor hat und das seil hin und her flitzen kann ohne gezogen werden zu müssen das heißt er braucht kein seil mit dem man ihn wieder hoch sieht nachdem er runter gefahren ist beziehungsweise er kann ja im prinzip kann er auch rot rückwärts rücken also dass es auch nach unten rückt zum beispiel das wäre mit einem rein durch schwerkraft funktionierenden oder mit dem seil runter lass laufwagen zwar auch möglich ist dann aber wieder ein bisschen schwieriger wobei der kann auch noch bremsen haben obwohl er keinen motor hat also da gibt es ganz viele verschiedene möglichkeiten und die steckt da auch nicht so tief in der materie drin dass ich euch jetzt mit jedem detail bedienen könnte aber gucken wir uns und ding doch mal an ich habe nur zwei halbwegs miese fotos gefunden und darum würde ich dann das urheberrecht doch insoweit noch mal ein bisschen ausdehnen wollen dass es dann doch doch ein bisschen bewegtbild zum schluss noch zu sehen gibt also hier sehen wir jetzt zumindest mal das endgerät sozusagen also den gebirgsharvester den sogenannten der hier auf der vorstraße steht das auch wichtig der kann nicht irgendwo im wald stehen weil dafür muss der halt der zu große gewichten stand und muss wirklich einen sicheren stand haben darum hat er hier auch jede menge zusätzliche standfüße wie man schön sehen kann mit denen er sich dann schön verankert und in richtung vorstraße kann man da hinten gegen den himmel noch zwei seile sehen die vom kran wegführen also vom vom mast das sind noch mal zusätzliche veränkerungsseide die gehen hier auch in richtung kamera vermutlich und wahrscheinlich auch noch mal nach rechts in den wald rein mit dem man den noch mal zusätzlich abspannen und befestigen kann damit er auch wirklich sicher steht das ding ist zwar mobil und das ist auch wichtig weil man muss ja auch noch mal irgendwann zu einer anderen seiltrasse kommen aber ja wenn er erst mal steht dann sollte er schon eine zeit lang betrieben werden sonst lohnt sich das nicht und das dauert durchaus eine ganze zeit bis man den dann versetzt hat auch wenn das dann halt eben funktioniert ja und hier sehen wir eben auch den kran arm also den harvester arm wenn man so möchte mit dem prozessor kopf der dann eben halt in der lage ist das soll es erstens gleich schön aufzustapeln wie man hier sieht außerdem zu entrasten beziehungsweise je nachdem was für einen kopf man da drauf hängt kann man auch entrinden würde auch funktionieren und er räumt sie halt also gleich auch vergleichsweise schön zur seite so dass man da dann hoffentlich bald wieder durchkommt sehr ungewöhnlich dass die vorstraße quer gestapelt wird dass man dann da gar nicht mehr durchfahren könnte aber wahrscheinlich nur eine kurz vorübergehende lösung so jetzt habe ich euch versprochen ich suche mal noch ein bisschen bewegt bild dazu raus weil man das sonst wirklich nicht ganz kapieren kann und hoffe von niemandem bei dem ich das leider klauen muss verklagt zu werden also klauen ist relativ ist das denke schon dass das mit dem zitat recht vereinbar ist aber so ich habe jetzt mal zwei youtube kollegen kanälen sozusagen zwei kurze clips von ein paar sekunden mir ausgeliehen und möchte die jetzt ohne original ton einfach dann noch mal kommentieren ihr seht hier drunter jeweils von wem das ist wie das jeweilige video heißt und der link dazu gibt es natürlich auch bei mir in der video beschreibung wer sich das original angucken möchte was ich durchaus empfiehlt insbesondere auch der zweite link der ist auch mit kommentar der erste link ist mit fernsehmusik aber sehen tut man es da auch gut wie das system funktioniert also das holz kommt mehr oder weniger angeflogen per kran das sieht man hier jetzt gerade ganz schön eben mit diesem laufwagen dann hochgebracht zu dem ort an dem der gebirgsharwester steht beziehungsweise eben die plattform steht auf der eben der kran sitzt der das dann bearbeitet ob man jetzt den hauptmast an dem unser laufwagen der gerade eingesausst kommt hängt ob man den jetzt eben auf dem direkten lkw platziert oder den sonstigen wieder hinstellt das haben wir ja bei den piktogramm gesehen das ist im grunde relativ egal das system ist immer dasselbe man braucht natürlich noch einen gegenpunkt für das seil also wir sehen jetzt nur wie das holz eben angeflogen kommt zum gebirgsharwester das ist selbstverständlich irgendwo anders muss es noch einen zweiten mast geben damit das ganze überhaupt hoch oben verlaufen kann das seil je nach system befindet befestigt man das seil und gerade wenn es über sehr lange distanzen gehen soll auch an bäumen die man hat stehen lassen das dann einfach zwischendurch eben zusätzlich an bäumen festgemacht wird ja und baut am ende noch ein extra mast hin oder man arbeitet mit nur mit einem mast nämlich den mast den man auf dem gebirgsharwester drauf hat und nutzt halt nur bäume die man noch hat stehen lassen um das seil dann irgendwie festzumachen unterwegs das also auch der endpunkt des seils bis letzten endes wieder nur ein baum ist da muss man natürlich dazu sagen bäume die man als halterung für seil verwendet erleiden dadurch meistens einen so starken rückgeschaden dass man sie hinterher also mit allen anderen bäumen fertig ist und das seil quasi wieder einsammelt dann kann man die eigentlich auch gleich fällen dann noch gucken dass man sie irgendwie anders den hang runter beziehungsweise rauf bekommt und ja das ist es im grunde im wesentlichen so weit man das jetzt als laie wissen muss hier haben wir es offensichtlich mit einem motorbetriebenen laufwagen zu tun also der da gerade zu sehen war weil der halt eben nur an einem seil rumsaust bei werken die eben gezogen werden haben sie halt noch ein zusätzliches seil was sie dann zieht wobei hier kenne ich es ehrlich gesagt gar nicht so genau naja aber ihr seht selber und das sind so die wesentlichen funktionen die ein gebirgsharwester system hat die geister streiten sich so ein kleines bisschen ob man so ein system auch bergab einsetzen kann wir sehen hier in diesen klicks ja klips ja sehr wohl dass das gemacht wird dass man damit bergab arbeitet das ist aus sicherheitsgründen eben ein wenig umstritten weil wenn hier mal was schief geht und es kracht was runter dann ist die richtung in die sich das holz das runter kracht bewegt halt eben auch bergab und wenn am ende von bergab eben dann mensch und material steht dann kann das mitunter möglicherweise gefährlich werden und drum versucht man eher bergauf solche seil systeme einzusetzen als bergab ja und wenn man jetzt eben keinen kahlschlag macht dann ist es ganz entscheidend dass diese rückung mit dem seil in seiltrassen erfolgt eine seiltrasse ist im grunde nichts anderes als eine rückgasse die haben wir ja schon gesehen mit dem kleinen unterschied dass in der seiltrasse halt immer nur das seil gespannt wird das bedeutet der boden wird da überhaupt nicht verdichtet baumfrei muss sie trotzdem sein die seiltrasse sie ist also immer noch eine schneise im wald auch mit im regelfall einer breite von vier metern aber wenn man die nicht mehr braucht dann kann man sie einfach wieder zu wachsen lassen und das ist überhaupt kein problem weil der boden ja nicht beschädigt worden ist und da problemlos auch in dieser seiltrasse neuer wald entstehen kann und neue bäumchen wachsen können wenn man irgendwie aus welchen gründen sagt man will die seiltrasse jetzt nicht mehr benutzen so und das macht jetzt eben diese verfahren mit dem gebirgshalvester beziehungsweise mit der seilrückung so unendlich bodenschonend weil der boden halt überhaupt keine rolle spielt alles findet ja oberhalb des bodens statt allerdings sind die kosten gut und gerne mal das doppelte von anderen rücke verfahren einfach weil man jedes mal das seil versetzen muss wenn man in der neuen seiltrasse oder über eine neue strecke das holz halt runter transportieren will und da du in dem hang eben gar keine maschinen einsetzt musst du die bäume auch immer motor manuell fällen das hatte ich ja schon erwähnt sprich mit der motorsäge und dem forst wird vor ort und das dauert halt relativ lang und ist vergleichsweise teuer also vielleicht eines der teuersten verfahren um an sein holz letzten endes ranzukommen und das lohnt sich selbstverständlich nur dann wenn du wenn die holz qualitäten auch wirklich entsprechend gut sind weil sonst kann man soll schlicht und ergreifend auch einfach stehen lassen prinzipiell ist das seilkran verfahren in der lage selbst an den unwirklichsten orten noch irgendwie an holz ranzukommen aber ja in den allermeisten fällen lohnt es sich einfach nicht an den unwirklichsten orten noch ans holz rankommen zu wollen und daher sind eben steilhänge und schwer zu erreichende orte auch prädestiniert um dann einfach zu sagen ja dann lassen wir die forstwirtschaft an diesen orten einfach sein da verdienen wir sowieso nur wenig geld wenn man da auf teufel komm raus das holz unbedingt rausholen wollen und wenn wir darauf verzichten dann geben wir der natur an der stelle ein stück natur zurück sozusagen und ja für den ökosystem dienst den ein wald liefern kann ist es relativ egal ob der gut oder schlecht zugänglich ist und daher ist es aus ökonomischen und ökologischen gründen immer eine hervorragende idee gerade solche wälder die sich eh nicht bewirtschaften lassen aus der nutzung zu nehmen da haben alle gewonnen die kosten die das aus dem verkehr nehmen des waldes sozusagen verursacht weil er kein geld mehr abwirft sind quasi nicht vorhanden und der ökologische mehrwert den so ein hangwald haben kann durch die verschiedenen kleinst ökosysteme die je nach rang neigung und block überlagerung die so ein hang gerne mal hat auftreten können sind ohnehin viel interessanter als die durchschnittlichen kleinst ökosysteme die bei einem flachen hoch gut einfach zu bewirtschafteten wald überhaupt entstehen können also das ist wirklich eine win win situation wenn selbst dieses verfahren hier was wir die ganze zeit sehen also nicht mehr funktioniert dann ist wirklich eine gute idee einfach gar keine forstwirtschaft mehr zu betreiben dann wäre noch zu erwähnen wir hatten im piktogramm ich blende es euch noch mal ein hier ja gelesen dass es sich um maschinen zur schwebenden schleift tragenden und schwebend tragenden rückung des holzes handelt stellt euch einfach mal vor wenn euch jetzt hier den sflw also den selbst laufenden laufwagen da selbst fahrenden so rum laufwagen anguckt stellt euch einfach vor davon hättet ihr zwei hintereinander da spricht nichts dagegen und wenn ihr davon zwei habt dann könnt ihr das eine ende vom stamm den ihr transportieren wollt vorne an dem vorderen laufwagen anhängen und das andere ende vom stamm den ihr transportieren wird an der anderen seite vom laufwagen also am anderen laufwagen anhängen und schwuppdiwupp hängt der gesamte stamm in der luft ja hängt ihr nur ein ende vom stamm an weil ihr eben nur einen laufwagen habt und euer seil ist nicht so weit oben dass ihr den stamm senkrecht nach unten hängend trotzdem raus fliegen sozusagen könnt dann schleift das ende vom stamm logischerweise über den boden und dann habt ihr entlang der seiltrasse zumindest mal einen stamm geschliffen das ist jetzt nicht besonders schlimm in der regel ist dieses verfahren sowieso so schonend dass das bisschen geschleife mit dem stamm der dann noch ein bisschen über dem boden kratzt wirklich zu vernachlässigen ist und keine große rolle mehr spielen sollte könnte man meinen aber da man dieses verfahren ja auch im hochgebirge einsetzt wo mit starken niederschlägen und hoher erosion zu rechnen ist ist eine ständige rille die man mittels geschliffenen also schleifenden stämmen in der seiltrasse aufreißt sozusagen ist immer eine erosionsrinne kann beim stark regen ereignis dazu führen dass entlang der seiltrasse dann schlimmstenfalls sogar muren gang also eine geröll lawine irgendwann mal runter kommt und das möchte man dann halt gerne auch noch vermeiden weshalb meiner meinung nach wenn man schon ein seilkran aufbaut ein tragrücke system oder das gerückte holz dem boden wirklich überhaupt nicht berührt dann meistens wirklich das nonplusultra ist und da der aufwand zwischen schleifrückend schleiftragenden oder eben schwebend tragenden rückesystem nur ein geringer unterschied ausmacht bin ich dann fan vom schwebend tragenden rückesystem ja aber das muss letzten endes natürlich immer der praktiker vor ort entscheiden und ganz bestimmt nicht ich und damit sind wir tatsächlich durch ja also euch ist hoffentlich klar was die großen vorteile dieses system sind es ist das schonendste was es gibt es ist gleichzeitig auch das teuerste und man kann das jetzt natürlich auch im flachland anwenden ja spricht nichts dagegen dass du brauchst keinen berg um ein seil spannen zu können du musst ein seil spannen wenn der berg steil genug ist und das gelände schwierig genug aber du brauchst ihn nicht zwingen du kannst ihn auch über einfaches gelände und oder besonders untragfähigen boden spannen soll heißen wenn eine befahrung der rückegasse oder des gesamten waldbodens oder überhaupt gar keine befahrung möglich ist weil was zum beispiel mit wald niedermoor torf boden zum beispiel zu tun haben dann kann man auch in einem flachen gelände so ein seilkern einsetzen und kommt trotzdem an sein holz relativ problem frei und ohne den wald kaputt zu machen ist halt nur verteurer ja das ist halt der wesentliche knackpunkt so aber jetzt habe ich gesagt damit sind wir im wesentlichen durch sind wir auch der vollständigkeit halber möchte ich nur noch kurz erwähnen es gibt noch helikoptersysteme wo halt eben der heli man einfach den stamm an den heli hängt und der heli fliegt damit weg im regelfall ist das saumäßig teuer und selbst wenn es mal wirklich bezahlbar wäre weil die strecke die geflogen werden muss kurz genug ist dann haben wir immer noch den enormen spritverbrauch von so einem helikopter was halt dann eben die co2 neutralität die holz als bau und möglicherweise als brennstoff haben kann ich betone kann hat es nicht automatisch aber kann zumindest ist dann automatisch nicht gegeben wenn wir das holz mit helikopter raus geflogen haben weil der einfach viel zu viel sprit verbraucht das holt man nicht mehr rein so ansonsten das wäre es glaube ich wirklich gewesen halt stopp mir ist noch was eingefallen ich wollte unseren harvester einsatz clip von ganz am anfang mit dem kleinen harvester hier den wollte ich eigentlich noch hinsichtlich dessen ob das überhaupt sinnvoll ist hier ein harvester einzusetzen kommentiert haben also grundsätzlich kann man diese arbeit schon mit dem harvester machen sonst würde es ja nicht gehen wenn es nicht gehen würde ne ist das zielführend aus deutscher sicht nicht weil erstens ist der ganze einschlag hier ziemlich sinnlos weil das bisschen klein holz was der da macht das ist nicht wirklich zu verwenden da sollten also die einsatzkosten dafür dass der harvester hier überhaupt eingesetzt wird deutlich teurer sein als der erlös aus dem bisschen klein holz was der hier überhaupt raus holt selbst wenn so ein kleiner harvester noch vergleichsweise günstig zu haben ist und jetzt nicht so teuer ist zweitens kann man sich fragen wozu dieser eingriff hier überhaupt da sein soll und ohne jetzt das genaue konzept zu kennen und die hintergründe exakt zu kennen die hinter diesem eingriff stehen sehe ich hier eigentlich nur nutzlos sicht also die paar dünnen stämmchen hätte man wirklich besser stehen lassen können es mag sein dass man hier das sieht aus wie so eine kleine laubholz schneise zwischen nadelholzwäldern so sieht es zumindest aus wir kennen ja die genauen umstände wie gesagt nicht es ist auch nichts weiter bekannt was warum das hier gemacht wird zu dem clip gibt es nicht viel infos aber ja ich sehe hier einfach nur das vergleichsweise sinnlose anlegen einer schneise das wegschneiden von laubholz in einem nadelholz dominierten bestand und das macht auf keinen fall besonderen sinn weil gerade wenn man einen nadelholz dominierten bestand hat dann sollte man immer noch ein paar laubbäume drin lassen das gilt grundsätzlich weltweit es ist nie eine schlechte idee einen gewissen minderheitenschutz sozusagen im forst zu betreiben und hast du eine baumart die zusätzlich da ist und die ist selten dann versuch sie doch zumindest im seltenen zustand beizubehalten vielleicht kriegst du sie ein bisschen häufiger und wenn sie dann ab einer gewissen häufigkeit vorkommt dann kann man sie auch sinnvoll nutzen solange das nicht der fall ist ist minderheitenschutz ja eine gute idee und wie gesagt so einfach so eine schneise in den wald zu schneiden auch keine besonders tolle idee außerdem scheint mir die maschine gar nicht unbedingt auf einer wirklichen rückegasse rumzufahren sondern mehr tatsächlich eine gewisse flächige befahrung zu machen das kann man jetzt mit so einem leichten harvester vielleicht noch tun ohne den boden kaputt zu machen wie man sieht liegt schnee vielleicht ist der boden auch oberflächlich gefroren und dem boden passiert hier gar nichts das weiß ich nicht dafür hätte ich dabei sein müssen aber also ökonomisch ist das quatsch weil du machst überhaupt keinen gewinn mit diesen kleinen hölzern und da kostet der einsatz des harvester so fein es nicht dein eigener ist und du ihn sowieso in der garage rumstehen hast viel zu viel geld als dass es sich hier lohnen würde den harvester zu verwenden diese dünnen stämmchen die kann die auch garantiert ein pferd rausziehen die kann man zur not auch sogar selber rausziehen also mit manneskraft sozusagen das heißt es ist eigentlich eine der unnötigsten harvester einsätze die ich in bildmaterial jemals irgendwo gesehen habe nichtsdestotrotz okay immerhin haben sie ihm boogie bänder verpasst dass er hier halbwegs schonend durchfahren kann aber ja wie gesagt die holzerntemaßnahme als solche ist einfach quatsch und wenn man solche bilder sieht dann verstehe ich schon irgendwo dass der harvester nicht allzu beliebt ist weil ja wie gesagt es ist hier einfach unsinn pfleglich ist das jetzt auch nicht gerade dass er ja hier beim laubholz versucht die äste abzuschneiden das hat man gerade eben am ende des clips noch mal schön gesehen dass da aber jede menge zusätzlich rinde abgerieben wird teilweise auch das holz beschädigt wird diese stammdimension ist einfach lächerlich gering als dass man da ein harvester einsetzen müsste also das mal die an der stelle einfach nur mal bemerkt haben wer das anders sieht darf es gerne in die kommentare schreiben und mir vielleicht erklären warum das jedoch sinnvoll war das gerät aus dem schuppen zu holen aber so richtig sehe ich das nicht aber ja nur einfach noch mal als kleinen abschluss damit wir da auch noch mal drüber geredet haben und ich das jetzt nicht so völlig unkommentiert stehen lasse ja und gerade dass er eben solche stämme also die halbwegs schönen stämme die noch was hätten werden können wo noch potenzial gewesen wäre dass das vielleicht mal noch ein halbwegs brauchbarer baum für eine einigermaßen nutzbare qualität wird selbst die schneidet da ja auch um und lässt viel zu wenig übrig im hintergrund bleiben ja noch ein paar stämmchen stehen aber er lässt viel zu wenig übrig als dass man sagen könnte das ist jetzt eine durchforstung die einfach den wertvollen stämmen mehr platz verschaffen soll wenn das so ist dann verschafft man den wertvollen stämmen viel zu viel platz und das dann auch wieder nicht zweckdienlich weil man insgesamt schließend ergreifend platz verschwendet einem baum mehr platz zu geben als der optimalerweise braucht ist zu viel platz und den platz hätte man besser nutzen können um einfach noch ein paar mehr bäume stehen zu lassen die dann auch zumindest zu irgendwas herangewachsen wären was aus der rein ökonomischen perspektive irgendwann vielleicht mal hätte geld wert sein können und ökologisch ist jeder baum der im wald steht selbstverständlich immer gewissermaßen wertvoll ja und von daher sinnloses fällen nie eine gute idee das war es jetzt aber wirklich natürlich und ich habe keine ahnung womit es weitergeht ich wollte ja ursprünglich über das rückgefährt und rückgeraube moritz reden das mache ich auch noch mal irgendwann bin mir jetzt nicht sicher ob das jetzt eines der nächsten videos sein wird aber kommen tut das mit sicherheit dann auch wie gesagt irgendwann gut ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren was auch immer gerade ist bis zum nächsten mal und macht bis dahin gut bleibt gesund etc pp tschüss